4 wie wir und die rasenden Schulschnecken Geschrieben und gelesen von Joachim Friedrich mit Bildern von Patrick Wirbeleit Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Hören und natürlich auch wieder, wenn ihr Lust habt, beim Lesen. Erstes Kapitel Explosionsgefahr im Schulklo und ein Schneckerich namens Waldemar Die Schultoilette bleibt wegen Explosionsgefahr geschlossen. Ich las den Zettel, der an der Tür des Schulklos hing, im Vorbeilaufen und fragte mich, was man anstellen musste, um auf einer Schultoilette eine Explosionsgefahr zu verursachen, konnte aber nicht weiter darüber nachdenken. Es war der erste Schultag nach den Sommerferien und ich war spät dran. Sehr spät. Der Pausenhof war menschenleer, was bedeutete, dass die Schüler unserer kleinen Schule bereits in ihren Klassenräumen saßen. Bevor ich ins Gebäude stürmte, sah ich an der in Pink gestrichenen Fassade hoch. Ich stellte fest, dass ich mich noch nicht so ganz daran gewöhnt hatte, obwohl es nun schon ein paar Monate her war, seit wir sie bei unserer Rettungsaktion in dieser Farbe angestrichen hatten. Zu meiner Erleichterung war unser Klassenlehrer, Herr Globuli, noch nicht in unserem Klassenraum. Dafür saßen alle meine neun Mitschüler auf ihren Plätzen. Die neun Schüler, die heute ihren ersten Tag an unserer Schule verbrachten, würden mehr Klassenkameraden haben. Ich war allerdings froh, dass wir nur zu zehnt waren. Noch glücklicher war ich jedoch darüber, dass sie alle in den paar Monaten, die ich nun an dieser Schule war, zu meinen Freunden geworden waren. Schnaufend ließ ich mich auf meinen Platz neben Kalou fallen. Der biss von einem Müsli-Riegel ab und sagte kaum, »Hi, Mick, kommst ja doch.« »Warum auch nicht?«, erwiderte ich. »Vielleicht krank oder keine Lust auf Schule.« »Krank bin ich zum Glück nicht und eigentlich habe ich mich schon gefreut, euch alle wiederzusehen. Hab nur verschlafen. Ich muss mich wohl erst wieder ans frühe Aufstehen gewöhnen.« Kalou nickte nur und schob sich den Rest des Müsli-Riegels in den Mund. Pink satze uns herüber und schüttelte ihren Kopf. »Musst du jetzt schon vor dem Unterricht dieses ungesunde Zeug in dich hineinstopfen?« »Pausennotration und Müsli sind gesund«, erklärte Kalou in seiner unnachahmlichen Art, die vor allem darin besteht, keinen Satz vollständig zu sprechen. »Dafür kann ihn auch nichts aus der Ruhe bringen. Es sei denn, jemand spricht ihn mit seinem richtigen Namen Karl Ludwig an.« Pink winkte nur resigniert seufzend ab. »Was ist denn wieder mit dem Schulklo?«, raunte ich Kalou zu. Der hob die Schultern. »Was schon, der Meister.« Gemeint war sein Vater. Er ist unser Hausmeister und wird von allen nur »der Meister« genannt. Er repariert für sein Leben gern, was allerdings meistens zur Folge hat, dass die Sachen anschließend erst recht nicht mehr funktionieren. »Was kann denn auf einem Schulklo explodieren?«, fragte ich weiter. Doch bevor Kalou antworten konnte, öffnete sich unsere Klassenzimmertür und Herr Globuli trat ein. Wie immer fielen ihm seine langen Haare bis auf die Schultern und sie waren genauso zottelig wie vor den Sommerferien. Statt seiner Aktentasche trug er einen gläsernen Kasten vor sich her. »Guten Morgen, meine Lieben«, rief er gut gelaunt, »und der Friede sei mit euch.« »Und mit Ihnen, Herr Globuli«, riefen wir im Chor zurück. Unser Klassenlehrer war einer der übrig gebliebenen Hippies. Das erkannte man nicht nur an seinem Äußeren, sondern auch daran, dass er alles verabscheute, was auch nur im Entferntesten mit Gewalt zu tun hatte. Diese Tatsache und seine Frisur hatten ihm seinen Spitznamen Jesus eingebracht. »Was haben Sie denn da?«, fragte Betty, die Neugierigste von uns allen. Bevor er antwortete, ging Jesus zum Fenster und stellte den gläsernen Kasten vorsichtig auf das Fensterbrett. »Das, meine Lieben, ist ein Terrarium«, verkündete er dann. »Und was?«, wollte Bulli wissen. »Darin hält man Tiere, die auf der Erde leben«, erklärte Jesus geduldig. »Im Gegensatz zum Aquarium, das für Wasserbewohner gedacht ist.« »Und das nur, damit wir Menschen uns die armen Tiere ansehen können. Das ist Tierquälerei«, schimpfte Johanna, die von uns nur »Pink« genannt wird. Auch heute gab es fast kein Kleidungsstück an ihr, das nicht in ihrer Lieblingsfarbe leuchtete. »Man kann Tiere durchaus auch artgerecht darin halten«, erwiderte Jesus immer noch geduldig. Offensichtlich hatte er sich in den Ferien gut erholt. »Doch nun lasst mich euch erklären, warum ich das Terrarium mitgebracht habe«, fuhr er dann fort. »In diesem Schulhalbjahr werden wir uns mit wirbellosen Weichtieren beschäftigen, also mit den Tieren, die keine Wirbelsäule haben, wie zum Beispiel Schnecken.« »Iiii«, riefen Bella und Lisa. »Und weil wir uns in diesem Schulhalbjahr mit diesem Thema beschäftigen, habe ich euch zwei besonders schöne Exemplare aus meinem Biogarten mitgebracht«, fuhr Jesus unbeirrt fort. »Wenn ihr wollt, könnt ihr sie euch gern einmal ansehen.« An der Zeit, die verging, bis die einzelnen Schüler vor dem Terrarium standen, konnte man erkennen, was derjenige von Schnecken hielt. Bella und Laura waren die Letzten, die zum Fensterbrett kamen, auf dem das Terrarium stand. Betty hob die Hand und Jesus nickte. »Ist das ein Pärchen?« »Ich glaube schon, vielleicht«, antwortete unser Klassenlehrer zögernd. »Ist doch egal«, stöhnte Bella auf, »ich finde sie jedenfalls ekelig.« »Vielleicht findest du sie ja nicht mehr so eklig, wenn wir ihnen Namen geben«, schlug unser Klassensprecher Luca vor. »Das ist eine gute Idee«, freute sich Jesus. Nach einigem Hin und Her einigten wir uns auf Waldemar und Ottilie. »Und woher wissen wir, wer der Schneckerich ist?«, fragte Ludmilla. Jesus sah sie verdutzt an. »Schneckerich?«, Ludmilla zuckte mit den Schultern. »Ottilie ist eine Schnecke und Waldemar ist ein Schneckerich.« »Wir malen ihm einen roten Punkt auf sein Schneckenhaus«, rief die Künstlerin Lisa in unser Lachen hinein. Seit es nicht mehr nur um zwei Schnecken, sondern um Waldemar und Ottilie ging, fand sie die beiden offensichtlich nicht mehr ganz so eklig. Nachdem wir Waldemar feierlich einen roten Punkt auf sein Häuschen gemalt hatten und wir wieder auf unseren Plätzen saßen, stellte Jesus die Frage, die wahrscheinlich jeder Lehrer auf dieser Welt am ersten Tag nach den Sommerferien stellt. »Was habt ihr denn in den Ferien gemacht?« Also berichteten wir, wobei ich nicht sehr viel zu erzählen hatte. Mama und ich waren zu Oma und Opa ans Meer gefahren und hatten dort fast die gesamten Ferien verbracht. »Ich bin froh, wenn ich die Schule für ein paar Wochen nicht sehe«, hatte mir Mama gesagt, was sich Jesus natürlich nicht verriet. Mama und ich waren erst seit den letzten Osterferien an dieser Schule, ich als Schülerin und sie als unsere Schuldirektorin. Trotzdem hatten wir schon eine sehr aufregende Zeit hinter uns, denn unsere Schule hatte geschlossen werden sollen, was wir im letzten Moment noch verhindern konnten. Kalou hatte da schon etwas Außergewöhnlicheres auf Lager. Eine Eselstour in den Alpen. »Deine Eltern sind also mit dir in den Alpen gewandert?«, fragte Pink mit breitem Grinsen. »Und ein Esel.« Das Grinsen wurde breiter. »Sag ich doch.« »Aha, sehr komisch.« Es stellte sich heraus, dass Kalou mit seinen Eltern tatsächlich eine Bergwanderung gemacht hatte, wobei sie ein Esel als Gepäckträger begleitet hatte. An Kalous Gesicht war mehr als deutlich abzulesen, wie viel Spaß ihm das gemacht hatte. Ludmilla berichtete stolz, dass sie vier Tage auf der Gamescom verbracht hatte. »Gamescom?« »Was genau ist das?«, fragte Jesus unschuldig. Ludmilla sah ihn an, als könne sie nicht begreifen, dass es einen Menschen auf der Welt gab, der das nicht wusste. »Das ist die größte Messe für Video- und Computerspiele,«, antwortete sie trotzdem. »Und, was hast du die übrige Zeit gemacht?«, wollte Jesus wissen. Ludmilla ließ ein schiefes Grinsen sehen. »Ich habe mich darauf vorbereitet.« Was das hieß, musste sie uns nicht erklären. Ludmilla ist der beste Gamer, den ich je kennengelernt habe. »Warscheinlich hat sie den größten Teil der Ferien mit ihrer Spielkonsole oder ihrem Computer verbracht und die neuesten Spiele ausprobiert.« Da Lukas' Vater keinen Urlaub bekommen hatte, war er in einem Zeltlager der Pfadfinder gewesen. So hatte auch Pink ihre Ferien verbracht. »Das war allerdings kein normales Zeltlager, sondern ein Umweltcamp,«, erklärte sie mit leuchtenden Augen. »Typisch,« brummte Kalou leise. Das stimmte. Wann immer es etwas zu retten oder zu beschützen gab, war Pink dabei. Lisa und Bella waren beide zu Hause geblieben. Bella, die unbedingt Schauspielerin werden will, hatte sich einer Theatergruppe für Amateurschauspieler angeschlossen. Und Lisa hatte Zeichenkurse belegt, genauer gesagt Kurse, in denen man lernte, wie man Mangas zeichnete. »Ich wäre gern nach Japan geflogen, da gibt es die besten Manga-Zeichner,«, erzählte sie mit einem Seufzer. »Das war aber leider zu teuer.« Die aufregendsten Ferien hatte Betty verbracht. Sie war mit dem städtischen Jugendorchester auf eine Tournee durch halb Europa gegangen. »Und welches Instrument hast du gespielt?«, wollte Jesus wissen. »Je nachdem,« antwortete Betty schulterzuckend, »mal Klavier, mal Querflöte und auch Schlagzeug.« Wie gut sie diese Instrumente tatsächlich spielen konnte, hatte sie bei der Rettungsaktion für unsere Schule schon bewiesen. Dass unser Professor Aydin und Timo, den wir nur Bulli nennen, ihre Ferien gemeinsam verbracht hatten, überraschte niemanden von uns. So unterschiedlich die beiden auch waren, so unzertrennliche Freunde waren sie auch. Ihre Eltern hatten gemeinsam ein Ferienhaus in Dänemark gemietet. Dort konnten sie in Billund einen Weltrekord beobachten. Dabei war es um ein Gebäude aus Legosteinen gegangen. Während er davon erzählte, hielt es Aydin kaum noch auf seinem Stuhl. Unser Klassenlehrer schüttelte lächelnd den Kopf. »Warum manche Leute sich so viel Arbeit machen, nur um einen Rekord aufzustellen, werde ich wohl nie verstehen.« »Das war aber echt cool«, rief Aydin begeistert, »und der Rekord wird sogar in das Guinness-Buch der Rekorde eingetragen.« Damit können die Rekorde, die ich am schwarzen Brett im Lehrerzimmer gelesen habe, wohl nicht aufwarten. »Was denn für Rekorde?«, fragte Betty neugierig. Jesus sah sie nur an. Betty hob die Hand, Jesus nickte und Betty wiederholte ihre Frage. »Ein ausländisches Unternehmen, das es auch in unserer Stadt gibt, hat einen Wettbewerb ausgeschrieben. Eine Schulklasse soll einen möglichst kreativen und außergewöhnlichen Rekord aufstellen.« »Also was Verrücktes«, flüsterte Kalu. »Genau das Richtige für uns.« »Und was gibt es dabei zu gewinnen?« Die Siegerklasse kann eine Klassenreise zum Hauptsitz der Firma unternehmen. »Wo ist denn der?«, fragte Aydin. Jesus zögerte, bevor er antwortete. »In Kalifornien.« Zweites Kapitel. Jesus in der Hauptstadt der Hippies und Fußball rückwärts. Augenblicklich brach ein Tumult in der Klasse aus. Alle riefen durcheinander und wollten mehr wissen. Es dauerte eine Weile, bis Jesus es geschafft hatte, uns wieder zu beruhigen. »Ich weiß gar nicht, warum ihr so aufgeregt seid«, sagte er dann, und schien es tatsächlich ernst zu meinen. »Eine Klassenfahrt nach Los Angeles, wenn das kein Grund zur Aufregung war.« »Eine Reise nach Kalifornien wäre doch eine tolle Sache«, erklärte unser Klassensprecher Luca dann auch. »Wir würden gern dabei mitmachen, vielleicht gewinnen wir ja.« Jesus sah ihn mit großen Augen an. »Tatsächlich, wer wäre denn dafür?« Es dauerte höchstens eine Sekunde, bis er sich zehn hochgereckten Armen gegenüber sah. Doch zu unserer Enttäuschung schüttelte Jesus den Kopf. »Ich fände es sinnvoller, wenn ihr euch auf die schulischen Dinge konzentriert.« »Aber das wäre doch eine gute Übung für Teamarbeit«, versuchte Luca es weiter. »Ja, schon, aber liegt San Francisco nicht auch in Kalifornien?« fragte Ludmilla plötzlich. »Ja«, antwortete Jesus zögernd, »warum fragst du? War San Francisco nicht früher so etwas wie die Hauptstadt der Hippies und würden sie nicht gern einmal dorthin reisen?« Plötzlich veränderte sich der Gesichtsausdruck unseres Klassenlehrers und er sah verträumt aus dem Fenster. »Das wäre allerdings sehr schön«, murmelte er dann kaum hörbar. »Dann machen wir also mit«, hakte Luca nach. Statt einer Antwort begann Jesus plötzlich zu singen. »Let's go, you San Francisco, with the flowers in your hair«. Dabei bewies er wieder einmal, dass Singen nicht zu seinen Stärken gehört. Zum Glück verstummte der Gesang nach der ersten Strophe. »Also gut«, sagte Jesus dann in unser Jubeln hinein. »Aber ich erwarte, dass die schulischen Leistungen nicht darunter leiden, und euer Rekord darf nichts Gewalttätiges beinhalten.« Selbstverständlich versprachen wir es ihm und hätten auch vor einem Indianer- oder Hippie-Ehrenwort nicht zurückgeschreckt. Jesus hob die Hände, bis wieder Ruhe eingekehrt war. »Und da wir gerade bei den schulischen Dingen sind«, sagte er dann, »ich erwarte, dass ihr euch um die Schnecken kümmert. Abwechselnd sollen jeweils zwei Schüler wochenweise dafür sorgen, dass sie genug Futter und Wasser haben und dass das Terrarium sauber gehalten wird.« »Was fressen die denn so?«, wollte Kalou wissen. »Jedenfalls keine Müsli-Riegel«, warf Pink ein, was sogar unserem Klassenlehrer ein Lachen entlockte. »Salat zum Beispiel«, antwortete er dann, »aber über solche Dinge solltet ihr euch selbst informieren, das gehört zum Unterricht dazu.« Nachdem er uns dann den Stundenplan des nächsten Halbjahres vorgestellt und ihn uns als PDF-Datei auf unsere Smartphones geschickt hatte, läutete es zur ersten großen Pause nach den Sommerferien. Wir waren noch im Schulgebäude, da hörte ich wildes Trappeln und heftiges Schnaufen hinter mir. Ich drehte mich um und sah Wolle auf mich zustürmen. Eigentlich ist er der Hund der Familie Dürr, also von Kalou und seinen Eltern. Jeder, auch die Dürrs, betrachten ihn allerdings als den Hund der gesamten Schule. Seinen Namen trägt er zurecht, er ist über und über mit langem Fell bewachsen, sodass man Schwierigkeiten hat, seine vordere und hintere Seite zu unterscheiden. Dieses Mal war das allerdings kein Problem. Aus der vorderen Seite hing eine rosa Zunge und seine hintere Hälfte wackelte begeistert. Ich kniete mich vor ihn hin, ließ mich beschlabbern und wuschelte durch sein Fell, was ein wohliges Grunzen zur Folge hatte. Ich fragte Kalou, ob er die Dürrs und ihren Esel in die Berge begleitet hatte. Nö, der durfte bei Oma und Opa bleiben, antwortete er mit hörbarem Seufzer. Als ich mich wieder aufstellte und in Richtung Pausenhof ging, wich Wolle mir nicht von der Seite. Du bist wohl immer noch seine Auserwählte, stellte Pink fest, sonst sucht er sich nach den Ferien ja immer jemand anderen aus. So, wie sie es sagte, hatte sie offensichtlich gehofft, es hätte sie getroffen. Das kann ja noch passieren, versuchte ich sie zu trösten. Der Pausenhof erschien mir wesentlich voller als noch vor den Sommerferien. Das lag sicher an den vielen neuen Schülern. Wegen Wolles stürmischer Begrüßung trafen wir als letzte an der riesigen alten Kastanie ein, die wir zum Stammplatz unserer Klasse erkoren hatten. Ich hörte Bella gerade noch sagen, es wäre ja nicht das erste Mal, dass jemand dort für Hollywood entdeckt wird. Schließlich ist Hollywood ein Stadtteil von Los Angeles. Außerdem ist das Silicon Valley ganz in der Nähe, ergänzte Ludmilla. Da sind die angesagtesten Computer- und Softwarefirmen. Bestimmt entwickeln die auch Spiele. Vielleicht sollten wir uns erst einmal darum kümmern, welchen Rekord wir aufstellen wollen. War Fluka ein, vernünftig wie immer. Hat jemand eine Idee? Nachdem wir uns gegenseitig Blicke zugeworfen hatten, konnten wir nur mit einem Schulterzucken antworten. Vielleicht kommt uns ja eine Idee, wenn wir im Guinness-Buch der Rekorde nachsehen, was andere für Rekorde aufgestellt haben, schlug Aydin vor. Luca nickte. Gute Idee. Und woher bekommen wir so ein Buch? Lukas Lob schien unseren Professor sichtlich zu freuen. Darum kann ich mich kümmern, rief er begeistert. Ich wollte sowieso zur Bibliothek gehen. Da kann ich gleich ein Exemplar ausleihen. Alles klar, dann treffen wir uns heute Nachmittag hier und sehen uns das Buch an, schlug Luca schließlich vor. Wolle schien mich sehr vermisst zu haben. Jedenfalls wollte er mich nicht nur zu unserem Klassenraum begleiten, sondern mit hineinkommen. Auch wenn ich überzeugt davon bin, dass wir die besten Lehrer der Welt haben, lassen sie es doch nicht zu, unseren Schulhund mit in den Unterricht zu nehmen. Ich tätschelte den Teil von Wolle, von dem ich annahm, dass es sein Hals war. Da darfst du nicht rein. Ich bring dich lieber zu Frauchen. Margarete Dürr, die von allen, auch unseren Lehrern, nur Maggie genannt wird, ist nicht nur Kalus Mama, sondern auch unsere Schulsekretärin. Viele behaupten sogar, dass sie die eigentliche Chefin unserer Schule ist. Das gilt besonders für ihren Mann, den Meister. Das erfuhr ich wieder einmal, als ich mit Wolle das Schulsekretariat betrat. Dann ist die Schultoilette also wieder benutzbar? hörte ich Maggie ihren Mann fragen. Ja, wenn ich es dir doch sage, mein Schatz, der Installateur hat die Gasleitung überprüft. Sie ist dicht. Alles in Ordnung. Die Gasleitung? Darum hat es also eine Explosionsgefahr im Schulklo gegeben? Der Installateur also, wiederholte Maggie. Und du hast wirklich nichts angerührt? fragte sie dann mit strenger Miene. Ihr Mann hob die rechte Hand. Willst du, dass ich auch noch ein Eid darauf ablege? Sie schüttelte genervt den Kopf. Dann warnte sie sich an mich. Hallo Mick, was gibt's? Wolle wollte mit ins Klassenzimmer kommen. Das sehen die Lehrer ja nicht so gerne. Darum bringe ich ihn her. Ich gab Wolle einen Klaps auf sein Hinterteil. Da er nicht aufjaulte, sondern brav zum Maggie trottete, hatte ich offensichtlich richtig geraten und nicht seine Schnauze getroffen. Ich winkte den Dürst zu und hatte mich schon zum Gehen umgewandt. Da öffnete sich die Tür zu Mamas Büro und sie kam mit einem Mann an ihrer Seite heraus. Ich erkannte ihn sofort. Er hieß Paul Liebermann und war Reporter bei der Online-Ausgabe der größten Tageszeitung unserer Stadt. Ohne ihn und seinen Artikel hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft, unsere Schule zu retten. Dann also bis später, sagte Herr Liebermann. Ja, gern, erwiderte Mama. Der Reporter nickte den Dürs und mir freundlich zu und schon war er durch die Vorzimmertür verschwunden. Ich wollte Mama fragen, was Herr Liebermann von ihr gewollt hatte, doch sie kam mir zuvor. Hast du keinen Unterricht, Mick? Sie hat nur Wolle hergebracht, antwortete Maggie für mich. Ach so, dann mach dich aber gleich auf den Weg zurück in deine Klasse. Bevor ich darauf etwas erwidern konnte, hatte sie ihre Bürotür schon wieder hinter sich zugezogen. Ich sah zu den Dürs und hob die Schultern. Das hat man davon, wenn man eine Schuldirektorin zur Mutter hat. Ich hatte unsere neuen Stundenplan zwar noch nicht im Kopf, wusste aber schon auf dem Flur vor unserer Klasse, dass in der nächsten Stunde Mathe geplant war. Durch die geschlossene Tür drang unser Matheerkennungslied »Auf geht's, Mannschaft, schieß dein Tor« nach draußen. Dass unser Mathelehrer Hajo Schmitz ein glühender Fußballfan war, wusste man spätestens nach einer Unterrichtsstunde bei ihm. Für ihn waren wir keine Klasse, sondern eine Mannschaft, manchmal auch ein Team. Eine gute Leistung wurde mit Punkten für die klasseninterne Mathe-Meisterschaft belohnt und wer nicht aufpasste, bekam eine gelbe Karte. Es war also kein Wunder, dass unser Mathelehrer nur der Coach genannt wurde. Neben Mathe unterrichtete er auch noch das Fach Werken in einer kleinen Werkstatt am Rande unseres Schulgeländes. »Dann ist die Mannschaft ja komplett und wir können beginnen«, begrüßte der Coach mich, als ich den Klassenraum betrat. Luca meldete sich und der Schmitz nickte ihm zu. »Was kann ich für den Mannschaftskapitän tun?« »Ähm, Jesus, äh, ich meine, Herr Globuli hat uns erzählt.« »Du kannst ihn ruhig Jesus nennen«, unterbrach der Coach inlächelnd. »Das mache ich auch.« »Was hat er euch also erzählt?« Wir wussten, dass der Coach und Jesus sehr gute Freunde waren, auch wenn sie sich ständig gegenseitig ärgerten und aufzogen. »Dass es diesen Wettbewerb gibt, bei dem eine Klasse eine Reise nach Los Angeles gewinnen kann.« Herr Schmitz strahlte Luca an. Es sah aus, als würde sein ganzer runder Kopf leuchten, einschließlich seiner Glatze. »Ja, den kenne ich. Macht eure Klasse auch dabei mit?« »Auch?« fragte Betty. Der Coach nickte. »Meine Klasse hat sich ebenfalls dazu bereit erklärt. Wir wissen sogar schon, welchen Rekord wir aufstellen wollen.« »Genauer gesagt, habe ich mir etwas ausgedacht, von dem ich meine Klasse überzeugt habe.« Er redete nicht weiter, sondern sah nur Betty an. Die hatte gleich begriffen, was er von ihr wollte. »Und welchen Rekord werden Sie aufstellen?« Herr Schmitz räusperte sich. »Wo du schon danach fragst, will ich es euch verraten. Wir werden ein Fußballspiel veranstalten.« Dieses Mal fragte Betty nicht nach, als er nicht weitersprach, sondern sah ihn nur mit offenem Mund an, so wie wir anderen auch. »Er fragt euch sicher, was an einem Fußballspiel rekordverdächtig sein soll.« Wir nickten. Tja, es wird ein besonderes Fußballspiel. Während der gesamten Spielzeit laufen die Spieler nur rückwärts und dürfen den Ball ausschließlich mit der Hacke kicken. »So etwas hat es noch nicht gegeben,« rief er und leuchtete noch ein wenig heller. Ich hörte Kalou neben mir leise aufstöhnen und murmeln. »Oh, weia, das macht bestimmt viel Spaß.« Offensichtlich hatte er nicht leise genug gemurmelt, denn der Coach hob die Schultern und meinte grenzend, »Ich würde dich gern ins Team aufnehmen, aber ich bin leider nicht euer Klassenlehrer.« Drittes Kapitel »Zertrümmerte Wassermelonen und Ziegen auf einem Skateboard« Dass Mama eine gute Lehrerin und eine gute Schuldirektorin ist, wird bestimmt jeder Schüler und auch jeder Lehrer unserer Schule bestätigen. Was ich dagegen bestätigen kann, ist, dass meine Mutter absolut keinen Plan hat, wie sie ihren Alltag in den Griff bekommen soll. Das wurde mir wieder einmal klar, als ich einen Blick in unseren Kühlschrank warf. Gähnende Leere. Da Mama erst später nach Hause kommen würde, entschloss ich mich, nicht nur die Einkaufsliste zu schreiben, sondern auch gleich die Einkäufe zu erledigen. Das würde zwar eine anstrengende Schlepperei werden, hatte aber den Vorteil, die Sachen kaufen zu können, die mir schmeckten. Als ich das dann geschafft hatte und unseren Kühlschrank mit allem Notwendigen und einigem, nicht ganz so Notwendigem, gefüllt hatte, verzog ich mich in mein Zimmer, um Musik zu hören. Irgendwann klopfte es an meine Tür. Ja, rief ich und nahm meine Kopfhörer ab. Die Tür öffnete sich einen Spalt und Mamas Kopf erschien. Das Essen ist gleichwertig. Es gibt Lasagne. Hast du einen gekauft? Ich nickte. Klar, denn leider haben wir noch keinen Kühlschrank, der sich von selbst füllt. Mama verzog das Gesicht. Bitte achte beim nächsten Mal auf gesunde Lebensmittel. Alles Bio, auch die Burger, erwiderte ich. Aber wenn du willst, kannst du in Zukunft einkaufen. Mama zögerte einen Augenblick und zuckte dann mit den Schultern. Besser ich überlasse es dir, sonst verhungern wir noch. Was hat denn Herr Liebermann von dir gewollt? Fragte ich, während ich meine zweite Portion Lasagne verputzte. Zu meiner Überraschung schien meine Frage Mama verlegen zu machen. Er möchte einen Artikel über diesen Wettbewerb schreiben, bei dem Schulklassen verrückte Rekorde aufstellen sollen. Er hat mich gefragt, ob ich einverstanden sei, wenn er auch über unsere Schule berichtet. Und? Bist du einverstanden? Wollte ich wissen. Das konnte ich ihm noch nicht zusagen. Ich wollte erst mit den betroffenen Klassenlehrern sprechen. Wir machen auch mit, rief ich. Ich weiß, sagte Mama schmunzelnd. Herr Globuli hat mir davon erzählt. Außerdem ist Herr Schmitz mit dabei. Fußball rückwärts. Mama lachte laut auf. Ja, typisch für ihn. Ich bin sehr auf das Ergebnis gespannt. Was wollt ihr eigentlich machen? Das wissen wir noch nicht, antwortete ich. Wir treffen uns gleich. Aydin besorgt ein Guinness Buch der Rekorde. Das wollen wir uns ansehen. Vielleicht haben wir ja dann eine gute Idee. Komm bitte nicht zu spät zurück, erwiderte Mama. Ich will heute Abend noch weggehen und möchte, dass du hier bist, bevor ich gehe. Wo gehst du denn hin? Und wieder schien Mama meine Frage vorlegen zu machen. Ich treffe mich mit Herrn Liebermann. Ich möchte ihn darüber informieren, wie viele Klassen aus unserer Schule teilnehmen. Und wir wollen noch einige Einzelheiten besprechen. Ich fragte mich, warum sie sich deshalb abends mit ihm treffen musste. Das hätten sie doch auch telefonisch oder per E-Mail erledigen können. Auf dem Weg zur Schule ging mir die Sache mit Herrn Liebermann und vor allem Mamas offensichtliche Verlegenheit nicht mehr aus dem Kopf. Was ist mit dir los? fragte mich Pink, die ich unterwegs getroffen hatte. Du machst dein Gesicht, als würdest du eine Matheaufgabe lösen müssen. Ich schüttelte den Kopf. Es geht um meine Mutter. Pink lachte auf. Hüter sind manchmal noch komplizierter als Mathe. Da konnte ich ihr nur zustimmen und erzählte ihr anschließend, was mich beschäftigte. Und sie war tatsächlich verlegen, als du sie gefragt hast? fragte Pink nach. Das sah ganz so aus. Dann ist alles klar, sagte sie leicht hin. Ich blieb stehen. Was meinst du? Was ist klar? Pink legte den Kopf schief und sah mich mit einem breiten Grinsen an. Sie ist in diesen Liebermann verliebt. Ich schnappte nach Luft. So ein Quatsch! Pinks Grinsen wurde noch ein wenig breiter. Ich würde mein neues pinkes Fahrrad darauf verwetten. Für den Rest des Weges sagte ich nichts mehr, denn ich war noch mehr in Gedanken versunken, als vor meinem Gespräch mit Pink. Ob sie mit ihrer Vermutung richtig lag? Und wenn das so war, was bedeutete das für mich? Als wir unseren Stammplatz erreichten, wurde ich zum Glück schnell abgelenkt. Aydin hatte das Rekordbuch besorgt und blätterte bereits eifrig darin, während alle anderen um ihn herumstanden. Das Buch ist in verschiedene Kapitel unterteilt, je nachdem, um welche Rekorde es sich handelt. Was denn für Kapitel? Wollte Bulli wissen. Einmal geht es um Menschen, also um der Größte, der Kleinste, der Älteste Mensch und so weiter. Und dann um Tiere, um Gebäude und so weiter. Tierrekorde kommen wohl alle nicht für uns in Frage, meinte Ludmilla. Wieso denn nicht, widersprach ihr Luca. Wir sollten sie uns zumindest ansehen. Das taten wir dann auch. Tatsächlich gab es eine Menge Rekorde, die uns nicht weiterhelfen, wie beispielsweise der Älteste Mensch, das größte Säugetier oder das höchste Gebäude. Also suchten wir weiter nach verrückteren Rekorden. Wir konnten kaum glauben, was manche Leute sich ausdachten, um in diesem Buch erwähnt zu werden. Da gab es die meisten mit dem Kopf zertrümmerten Wassermelonen, die weiteste Strecke, die eine Ziege auf einem Skateboard oder die größten Sammlungen von Staubsaugern, Toastern oder Teebeuteletiketten. Kalou war besonders an den Rekorden im Schnellessen interessiert. Auch da gab es kaum etwas, das es nicht gab. Muffins, Pizzen, Donuts oder Bananen. Schließlich sagte Lisa das, was uns wahrscheinlich allen durch den Kopf ging. Irgendwie sind die alle nichts für uns, oder wir haben keine Chance, besser zu sein. Finde ich nicht, widersprach Kalou. Kirschkern weit spucken oder Geschwindigkeitsrekord im Waffelessen. Habe ich beides in dem Buch nicht gesehen. Klar, dass deine Lieblingsrekorde mit Futtern zu tun haben, meinte Pink. Vielleicht sollten wir zu Buffalo Bill gehen, schlug Luca plötzlich vor. Glaubst du, Winnetou und Old Shatterhand sind die kleinsten Ponys der Welt? fragte ich. Nee, aber vielleicht hat er ja eine Idee, was wir machen könnten. Guter Plan, stimmte ihm Ludmilla zu. Auf jeden Fall ist er selbst verrückt genug, um eine verrückte Idee zu haben. Damit hatte sie allerdings recht. Buffalo Bill, oder eigentlich Herr Hintergruber, ist Western-Fan und der ehemalige Schuldirektor. Seit er pensioniert ist, lebt er auf seinem kleinen Bauernhof, den er nur seine Ranch nennt. Da niemand von uns einen besseren Plan hatte und es schon ziemlich spät war, einigten wir uns darauf, unseren alten Schuldirektor am nächsten Nachmittag zu besuchen. Lass uns noch einmal zu Waldemar und Ottilie gehen, schlug ich Kalou vor, während sich die anderen schon in alle Richtungen zerstreuten. Kalou hob die Schultern. Meinetwegen, bin ja eh hier zu Hause. Wir liefen in unseren Klassenraum, wo wir feststellten, dass unsere beiden Klassenschnecken putzmunter waren, jedenfalls soweit man das bei Schnecken überhaupt erkennen kann. Kalou sah sich die beiden mit kritischem Blick an. Ob sie Hunger haben? Kannst du ja mal fragen, schlug ich grinsend vor. Kalou erwiderte nichts darauf, sondern legte ein Salatblatt vor Waldemar. Und was ist mit Ottilie? Kalou zuckte wieder mit den Schultern. Jungs für die Jungs, Mädchen für die Mädchen. Dann sind die Jungs aber im Nachteil, schließlich sind wir sechs Mädchen, aber nur vier Jungen in der Klasse. Kalou sah mich nur schmunzelnd an. Ja, ja, ich weiß, ich könnte auch ein Junge sein. Stimmt. Daran war nicht nur mein Name schuld, den ich bekommen hatte, weil ich bei meiner Geburt versehentlich für einen Jungen gehalten wurde. Es liegt auch an meinem Äußeren. Mittlerweile macht es mir aber nichts mehr aus, immer mal wieder für einen Jungen gehalten zu werden. Ganz im Gegenteil. Es macht mir sogar Spaß. Wie Kalou riss auch ich ein Blatt von dem Salatkopf ab. Allerdings legte ich es etwas weiter von Ottilie entfernt auf den Boden des Terrariums. Was soll das denn? Wollte Kalou wissen. Abendsport, antwortete ich. Könnte der auch gut tun. Fang du nicht auch noch an, mir gute Ratschläge zu geben, brummte er. So sahen wir eine Weile zu, wie Ottilie sich auf den Weg zu ihrem Abendessen machte. Können Sie auch Slalom laufen? fragte Kalou plötzlich. Das wäre doch ein Rekord, oder? Und wie lange soll der dauern? Drei Tage? erwiderte ich. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass man Schnecken überhaupt trainieren kann. Hochsprung wäre nicht schlecht, meinte Kalou mit einem breiten Grinsen. Lass uns gehen, entschied ich, sonst fangen wir wegen unseres Rekords noch total an zu spinnen. Ottilie ist sowieso an ihrem Salatblatt angekommen. Zu Hause fand ich Mama, wie sie nervös in ihrem Kleiderschrank herumkramte, um nach dem passenden Outfit zu suchen. Danach verbrachte sie eine Ewigkeit im Bad und hatte sich schließlich herausgeputzt, als würde sie nicht zu einem Treffen mit einem Reporter, sondern zu einer Party gehen. Wollt ihr anschließend noch zum Tanzen? fragte ich vorsichtig. Mama zuckte zusammen und sah mich mit aufgerissenen Augen an. Wie kommst du denn darauf? Als Antwort betrachtete ich sie nur von Kopf bis zu den Füßen. Mama verstand gleich, was ich meinte. Ich gehe halt selten aus und wenn ich dann mal eine Gelegenheit habe, möchte ich nicht aussehen, als würde ich mich auf den Weg zur Arbeit machen. Ich ließ es dabei bewenden. Schließlich sollte sie nicht noch nervöser werden, als sie sowieso schon war. Später in meinem Bett nahm ich mir fest vor, sie zu fragen, ob Pink mit ihrer Vermutung richtig lag. Ich würde nicht locker lassen, bis ich die Wahrheit wusste. Viertes Kapitel Kirschgerne, Waffeln und wilde Bullen Als ich am nächsten Morgen nach Duschen und Zähneputzen in die Küche kam und Mama mit verträumtem Blick am Küchentisch sitzen sah, hätte ich sie eigentlich gar nicht mehr fragen müssen. Ich tat es trotzdem. Wie war's denn gestern? begann ich behutsam. Nett. Na super, nett? Was soll das heißen? Mamas verträumter Blick war schlagartig verschwunden. Was schon? Nett eben. Ich seufzte. Mama, ich gehe für uns einkaufen, sorge dafür, dass unsere Rechnungen pünktlich bezahlt werden und unsere Schuhe zum Schuster und deine Kleider in die Reinigung kommen. Da kannst du mir auch sagen, warum du dich wirklich mit Herrn Liebermann getroffen hast. Mama betrachtete mich lange schweigend und ich erwartete schon die berühmte Wutfalte zwischen ihren Augen. Doch dann holte sie Tiefluft und sagte, das ist ja alles richtig, Schatz. Ich bin mir nur nicht sicher, wie du. Erzähl es mir doch einfach. Bist du in Herrn Liebermann verliebt? Mama riss die Augen auf, als wollte sie widersprechen, antwortete dann aber, sagen wir mal so, wir sind uns näher gekommen. Dann ist er also dein neuer Freund? Mama nickte, meinte dann jedoch, was heißt denn neu? Seit Papa und ich uns getrennt haben, ist er schließlich mein erster Freund. Das stimmte. Damals war ich noch klein gewesen. Meine Eltern hatten sich wohl auch friedlich getrennt und ich verstand mich gut mit Papa. Allerdings sahen wir uns nicht sehr oft, da er im Ausland arbeitete. In diesen Sommerferien hat es auch nur für eine Woche gereicht. Die hatte ich allerdings in vollen Zügen genossen. Und was sagst du dazu? fragte Mama mich vorsichtig. Ich finde es toll, rief ich etwas zu schnell und zu laut. Wirklich? Mama musterte mich skeptisch. Ja, aber ich muss mich natürlich erst daran gewöhnen. Mama nickte. Das verstehe ich. Aber ich finde Herrn Liebermann nett, ehrlich. Mama stand auf, kam um den Küchentisch herum und gab mir einen Kuss auf die Stirn. Das freut mich, denn das ist für mich die Voraussetzung, dass etwas Ernstes daraus wird. Etwas Ernstes? Was meinte sie damit? Ich entschied mich, sie lieber nicht danach zu fragen. Ich war froh, auf meinem Schulweg wieder auf Pink zu treffen. Du hättest die Wette gewonnen, begrüßte ich sie. Meine Freundin wusste gleich, was ich meinte und breitete ihre Arme aus. Ich war mir ja auch sicher, dazu liebe ich mein neues Fahrrad viel zu sehr. Und, was hältst du davon? Stellte sie mir die gleiche Frage wie Mama. Ich finde es gut, glaube ich. Auf jeden Fall gönne ich es ihr. Sie ist schon so lange allein. Und Herr Liebermann scheint ja in Ordnung zu sein. Finde ich auch. Pink lächelte zustimmend. Dann ist doch alles prima, oder? Ich nickte. Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr war ich davon überzeugt, dass es wirklich so war und dass ich mich für Mama freuen sollte. In der ersten Stunde haben wir Deutsch, brachte Pink mich auf andere Gedanken. Ich bin gespannt, ob Fräulein Ling sich wieder im Schrank versteckt hat. Ich lächelte in mich hinein, als ich daran dachte, wie sie mich bei unserer ersten Begegnung damit erschreckt hatte. Sehr zum Vergnügen der restlichen Klasse. Dieses Mal hatte sich unsere Deutschlehrerin nicht im Schrank versteckt, sondern stürmte mit einem Wirbel aus Flickflacks in die Klasse, um sich schließlich vor uns zu verbeugen, als wären wir ihr Publikum. Guten Morgen, Fräulein Ling, riefen wir im Chor. Guten Morgen, Kinder. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien. Sie hatte als Schlangenmensch im chinesischen Zirkus gearbeitet, bevor sie Deutschlehrerin wurde. Dort war sie als Fräulein Ling aufgetreten und hatte sich dann entschieden, diesen Künstlernamen auch als Deutschlehrerin zu behalten. Macht Ihre Klasse auch bei dem Rekord mit? Wollte Aydin wissen und zeigte auf das Guinness-Buch der Rekorde, das er vor sich auf den Tisch gelegt hatte. Offensichtlich konnte er sich gar nicht davon trennen. Fräulein Ling schüttelte den Kopf. Nein, ich wüsste auch gar nicht, welchen Rekord wir aufstellen sollten. Etwas mit Zirkus vielleicht, meinte Kalu und zuckte zusammen, als Fräulein Ling ihn mit hochgezogenen Augenbrauen ansah. In der Klasse war schon Verhalten des Kichern zu hören. Wir wussten alle, was nun kam. Warum hielt Kalu auch nicht einfach seine Klappe? Was hast du gesagt, Karl Ludwig? fragte Fräulein Ling freundlich. Kalu zuckte noch einmal zusammen, wie immer, wenn er seinen ganzen Namen hörte. Der Rekord, ähm, Zirkus, wär doch eine gute Idee. Unsere Deutschlehrerin ließ einen langen Seufzer hören. Ich muss leider feststellen, dass du auch in den Sommerferien noch nicht gelernt hast, in ganzen Sätzen zu sprechen. Also, versuche es doch bitte gleich noch einmal. Es brauchte noch einige Versuche, bis Kalu endlich den Satz zustande brachte, den Fräulein Ling hören wollte. Wäre es nicht eine gute Idee, einen Rekord im Rahmen einer Zirkusveranstaltung aufzustellen, Fräulein Ling? Ich hatte mich während der letzten Monate schon oft gefragt, wann Fräulein Ling es wohl aufgeben würde, Kalu dazu zu bringen, in ganzen Sätzen zu sprechen. Aber ihre Geduld mit ihm schien unendlich zu sein. Vielen Dank für deinen Vorschlag, Kalu, sagte sie dann schließlich, aber ich habe mich dagegen entschieden. Die letzte Zirkusvorstellung sollte erst einmal für eine Weile genügen. Da konnten wir ihr nicht widersprechen, denn ohne diese Vorstellung hätten wir unsere Schule wahrscheinlich nicht gerettet. In der ersten Pause begrüßte mich mein ständiger Begleiter Wolle. Genauer gesagt kam er, heftig mit seinem Hinterteil wackelnd, auf mich zugerast, kaum dass wir an unserem Stammplatz angekommen waren. Vielleicht könnte Wolle ja einen Geschwindigkeitsrekord für Wollknäuel aufstellen, sagte ich mehr zu mir selbst. Das wird wohl nicht reichen, meinte Aydin, während er in seinem Rekordbuch blätterte. Windhunde sind bestimmt schneller als Wolle. Sogar im Rückwärtslaufen, wie die Fußballer, warf Bulli ein. Wenn Waldemar und Ottilie so schnell wie Wolle laufen könnten, dann wäre das bestimmt ein Rekord, ergänzte Ludmilla. Aber das werden wir wohl nicht schaffen. In dem Augenblick blitzte eine Idee in meinem Kopf auf und war ebenso schnell wieder verschwunden. Schuld daran war Kalou. Er hielt eine große Tüte in die Höhe, die prall mit Kirschen gefüllt war. Während ihr noch überlegt, trainiere ich schon, verkündete er. Kirschkernweitspucken? fragte Pink skeptisch. Statt einer Antwort steckte sich Kalou eine Kirsche in den Mund und verspeiste sie mit sichtlichem Genuss. Mh, lecker! Und wo ist der Kirschkern? fragte Betty. Hast du den auch gegessen? Würde mich nicht wundern, meinte Pink leise. Kalou wandte sich zu ihr und zeigte ihr den Kern zwischen seinen Zähnen. Dann holte er Tiefluft und spuckte ihn in Richtung Schulmauer. Das Ergebnis war eher kläglich. Da spucken ja Waldemar und Ottilie weiter, meinte Bella dann auch. Ich trainiere halt noch, brummte Kalou und wiederholte das Ganze, allerdings mit keinem besseren Ergebnis. Die hebst du aber alle wieder auf, rief die Aufsichtslehrerin Frau Hackel quer über den Pausenhof. »Ja, mach ich«, mit einem verklärten Blick sah Kalou unserer Sport- und Kunstlehrerin nach. Das brachte vor allem uns Mädchen zum Kichern. Frau Hackel als Kalous Lieblingslehrerin zu bezeichnen, wäre die Untertreibung des Jahres. Er himmelt sie an. Und das ist bei ihm jedes Mal, wenn sie in seine Nähe kommt, mehr als deutlich anzusehen. »Vielleicht sollte ich es doch mal mit den Waffeln versuchen«, brummte Kalou, während er die Kirschkerne wieder aufsammelte. Für den Rest des Schultages stand Englisch bei Jesus und Sportunterricht bei Frau Hackel auf dem Stundenplan. Unser Klassenlehrer kontrollierte gleich das Terrarium mit Ottilie und Waldemar und hatte zum Glück nichts zu meckern. Außer, dass wir uns im Sportunterricht wieder über Kalous schmachtende Blicke amüsierten, erfuhren wir von unserer Frau Hackel, dass auch ihre Klasse nicht an dem Wettbewerb teilnahm. »Ich hätte dazu schon Lust gehabt«, erzählte sie uns, »aber meine Klasse hat sich dagegen ausgesprochen. Sie glauben, keine Chance zu haben.« »Da kann man nichts machen«, schloss sie schulterzuckend, wobei sie tatsächlich ein wenig traurig wirkte. »Bei uns sieht es ja auch nicht viel anders aus«, raunte Luca mir zu. Er hatte uns in der letzten Pause davon berichtet, dass er Buffalo Bill angerufen und ihm erzählt hatte, dass wir ihn besuchen wollten. Und offensichtlich freute sich unser alter Schuldirektor darüber. Auf dem Weg zu Buffalo Bills Ranch krübelte ich über die Idee nach, die mir durch den Kopf geflitzt war, ohne dass sie mir wieder einfiel. »Yippie-yay«, rief Buffalo Bill uns von seiner Terrasse aus entgegen. »Yippie-yay«, brüllten wir zurück. Den Schüsseln voller Gebäck und den Kannen mit Kakao nach zu urteilen, hatte Buffalo Bill sich wirklich auf unseren Besuch gefreut. »Schön, dass ihr mich auf meiner kleinen Ranch besuchen kommt«, sagte er dann auch, während wir es uns schmecken ließen. »Was kann ich denn für euch tun?« »Also erzählten wir ihm von dem Wettbewerb und unseren Ideen, die wir hatten oder eben nicht hatten.« »Es ehrt mich, dass ihr glaubt, ich könnte euch bei eurer Suche nach einem geeigneten Rekord helfen. Aber ich weiß nicht, wie ich euch da unterstützen soll.« »Könnten Sie es nicht wenigstens versuchen?« bettelte ich. »Vielleicht etwas, das mit Western zu tun hat?« ergänzte Pink. Buffalo Bill seufzte und kratzte sich unter seinem Cowboyhut. »Hm«, meinte er nach einer Weile. »Schießen kommt natürlich für Kinder nicht in Frage, aber vielleicht reiten.« »Reiten?« riefen wir wie aus einem Mund. »Ja, genauer gesagt hatte ich gerade an ein Rodeo gedacht.« »Was ist das?« wollte Betty gleich wissen. »Dabei reiten Cowboys auf ziemlich wilden Bullen in einem Gatter.« Wer sich am längsten oben hält, gewinnt. »Vielleicht könntet ihr so etwas wie einen Kinderrekord dafür aufstellen.« Fünftes Kapitel »Die wilde Rita und ein ekliger Rekordversuch.« »Haben Sie denn einen wilden Bullen?« fragte ich, obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, dass einer von uns Lust hatte, so ein Rodeo auszuprobieren. »Nein«, lachte er hinter Uwe auf. »Das wäre auch viel zu gefährlich für euch.« »Ich habe aber Rita.« »Wer ist Rita?« fragte Pink. »Meine Kuh.« »Ich habe sie nach meiner Ex-Frau benannt.« »Warum?« wollte Betty wissen. Buffalo Bill zog ihm mit den Schultern. »Ich hatte meine Gründe.« Offensichtlich wollte er nicht mehr verraten, also ließen wir es dabei bewenden. »Und die ist nicht so wild?« fragte Lisa stattdessen, allerdings mit immer noch sehr skeptischem Gesichtsausdruck. Unser alter Schuldirektor schüttelte den Kopf. »Sie ist eher gemütlich, sonst hätte ich euch diesen Vorschlag nicht gemacht.« Kalou schob sich den letzten Keks in den Mund. »Worup warten wir dann noch?« fragte er dann mit vollem Mund. Nachdem wir uns einen matschigen Feldweg entlang gekämpft hatten, erreichten wir schließlich eine Weide, die von einem Zaun umgeben war. Mitten darauf stand eine Kuh und sah uns ausdruckslos, aber offensichtlich neugierig an. »Besonders wild sieht sie tatsächlich nicht aus«, meinte Pink. »Eher lahm«, gab Kalou ihr Recht. »Hallo, Rita«, rief Buffalo Bill wieder einmal seinen Cowboy-Hut schwenkend. Rita antwortete ihm, indem sie mit ihrem linken Ohr wackelte. »Und wer setzt sich jetzt drauf?« fragte Luca. »Das probiere ich erst einmal selber aus«, antwortete Herr Hinteruber gleich. »Ich weiß nicht, wie sie reagiert, wenn jemand auf ihren Rücken steigt.« Daraufhin öffnete er das Gatter, das auf die Weide führte und lief, beruhigend auf Rita einredend, auf seine Kuh zu. Als er sie schließlich erreicht hatte, zögerte er einen Augenblick. Dann schwang er sich so elegant auf ihren Rücken, wie ich es ihm in seinem Alter kaum zugetraut hätte. Gespannt warteten wir darauf, was nun passieren würde. Und es geschah nichts. Buffalo Bill saß auf seiner regungslos auf der Weide stehenden Kuh, die uns immer noch mehr oder weniger interessiert, betrachtete. Ab und zu wedelte sie mit ihrem Schwanz, wackelte mit einem Ohr und keute genüsslich das wieder, was sie vorher irgendwann schon einmal gefressen hatte. Mehr passierte nicht, selbst dann nicht, als Buffalo Bill begann, auf ihrem Rücken herumzurutschen und sie mit Ausrufen wie »Vorwärts, Rita« oder »Beweg dich, altes Mädchen« anzutreiben. »Gibt es eigentlich einen Rekord, bei dem man möglichst lange auf einer regungslosen Kuh sitzen muss?« fragte Betty schließlich. Aydin holte gleich das Rekordbuch aus seinem Rucksack und blätterte darin. »Nö, sowas gibt's nicht«, antwortete er schließlich und klappte das Buch wieder zu. »Ich glaube, es hat keinen Sinn«, sah es auch Buffalo Bill endlich ein und stieg von Rita ab. »Sie hat wohl keine Lust. Vielleicht können wir es später noch einmal versuchen. »Passen Sie auf die Kuhfladen auf, wenn Sie wieder zurückkommen«, rief Bulli ihm zu. Aydin zuckte zusammen. »Super Idee, Bulli«, rief er und begann gleichzeitig wieder hektisch in seinem Rekordbuch zu blättern. »Was denn für eine Idee?« wollte sein Freund Bulli verdattert wissen. Aydin antwortete nicht, sondern murmelte während des Blätterns etwas Unverständliches vor sich hin. Dann endlich hielt er das Buch hoch und erklärte mit leuchtenden Augen, »Ich wusste doch, dass es das gibt.« »Was denn?«, wollte Ludmilla wissen. »Den Rekord im Kuhfladen Weitwurf.« »Iiii«, riefen wir Mädchen wie aus einem Mund und auch Luca und Kalou verzogen ihre Gesichter und schüttelten sich angewidert. »Das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder?« schimpfte Pink. »Glaubst du echt, einer von uns würde diese ekligen Dinger in die Hand nehmen?« »So eklig sind die doch gar nicht, vor allem, wenn sie getrocknet sind,« verteidigte Aydin seine Idee. »Wenn du meinst, dann kannst du es ja auch vormachen,« erwiderte Lisa und zeigte mit ausgestrecktem Arm auf die Weide, wo Buffalo Bill Ritas Hinterlassenschaften ausweichend zu uns zurückkamen. Aydin sah auf die Weide, dann zu Lisa und wieder auf die Weide. Mit einem tiefen Seufzer verstaute er das Rekordbuch in seinem Rucksack und reichte ihn Bulli. Doch der hob abwehrend die Hände. »Ich probiere das für dich, Aydin. Du hattest schließlich die Idee.« Damit machte er sich auch schon auf den Weg. Kalou verfolgte Bulli mit einem anerkennenden Blick. »Das nenne ich Freundschaft.« Am Gatter begegneten sich Bulli und unser alter Schuh Direktor. »Wo willst du denn hin? Möchtest du es noch einmal versuchen?« Bulli schüttelte den Kopf. Aydin hatte eine Idee. Kuhfladen Weitwurf. Das will ich mal ausprobieren. Buffalo Bill zog seine Augenbrauen hoch. »Na, ich weiß nicht.« Doch Aydins bester Freund ließ sich davon nicht beirren und stapfte auf die Weide, wo er angestrengt den Boden absuchte. Rita beobachtete ihn, mäßig interessiert und wiederkeuint dabei. »Such dir einen gut Eingetrockneten aus,« rief Aydin ihm zu. »Dir kennst du an der harten Kruste und der helleren Farbe. Ist ja widerlich,« stieß Pink hervor und schüttelte sich. Nachdem er schon drei Runden um Rita gelaufen war, blieb Bulli endlich stehen und erklärte begeistert, »Ich glaube, das hier ist ein schönes Exemplar.« Mit angehaltenem Atem verfolgten wir, wie er sich langsam bückte und mit beiden Händen einen Kuhfladen umfasste. Ich spürte, wie ein kalter Schauer des Ekels über meinen Rücken kroch. Als Bulli sich wieder aufrichtete, umklammerte er einen ziemlich großen Kuhfladen, der sich mit einem schmatzenden Geräusch von der Wiese löste. Neben mir schüttelten sich Lisa, Ludmilla und Pink gleichzeitig. Mit mit dem Kuhfladen in seinen Händen sah Bulli zu uns herüber. Und wie werfe ich den jetzt? Wie ein Diskus, schlug Aydin vor. Leg ihn dir auf den Unterarm und halte ihn mit einer Hand fest. Dann drehst du dich und lässt ihn los. Bulli sah seinen Freund mit großen Augen an. Wie soll ich das machen? Aydin erklärte es ihm noch einmal. Dann hatte er es verstanden und legte sich den Kuhfladen auf einen Unterarm. Wenn das mal gut geht, sprach er hinter Grober das aus, was uns wohl allen durch den Kopf ging. Bulli holte noch einmal tief Luft und begann sich um sich selbst zu drehen, wobei er den Kuhfladen mit einer Hand festhielt. Dabei war deutlich zu sehen, dass der Fladen doch noch nicht so ganz durchgetrocknet war. Wirf denn bloß nicht in unsere Richtung, rief Luca, doch es war zu spät. Bulli ließ den Kuhfladen genau in dem Augenblick los, als sein Arm auf uns zeigte. Allerdings flog das eklige Ding nicht in einem Stück auf uns zu, sondern zerlegte sich in viele Einzelteile, die in alle Himmelsrichtungen davon stoben. Zum Glück wurde niemand von uns getroffen, mit Ausnahme von Bulli selbst. Alles klar, Bulli? rief Aiden ihm mit hörbar schlechtem Gewissen zu. Doch Bulli war, wie so oft, nicht unter zu kriegen. Kein Problem, hat sogar Spaß gemacht, soll ich noch einen werfen? Nein, riefen wir wieder wie aus einem Mund. Da der Kuhfladen tatsächlich noch nicht ganz trocken gewesen war, duftete Bulli entsprechend, als er wieder bei uns eintraf. Betty hielt sich die Nase zu. Du stinkst echt schlimm, Bulli! Der winkte ab. Das verfliegt wieder. Unser alter Schuldirektor besah ihn sich kopfschüttelnd. Ich glaube, jetzt haben wir uns noch einen heißen Kakao verdient. Den musst du allerdings auf der Terrasse tränken, wandte er sich dann an Bulli. Der zuckte nur mit den Schultern und nickte. Ich bleib bei Bulli, rief Aydin sofort, schließlich hat er sich für den Versuch geopfert. Da wir anderen auch seiner Meinung waren, standen wir schließlich alle mit unseren Kakaotassen in der Hand auf Buffalo Bills Terrasse. Kalou schnüffelte in Richtung Bulli und verzog das Gesicht. Dann lieber Kirschkerne oder Waffeln. Oder Schneckenslalom oder Hunde rennen, rückwärts, ergänzte Ludmilla. Schnecken und Hund, das war es doch, da war meine Idee wieder. Ich schlug mir so heftig mit der flachen Hand vor meine Stirn, dass es laut klatschte. Augenblicklich sahen alle zu mir. Was ist denn mit dir los? Wollte Pink wissen. Ich glaube, ich weiß, welchen Rekord wir aufstellen können. Sechstes Kapitel Rasende Schnecken und ein Waffelträger Was hast du denn für eine Idee? Wollte Luca wissen. Hund und Schnecken, das kombinieren wir. Hä? fragte Kalou und machte ein Gesicht, als wollte er Rita imitieren, allerdings ohne seine Kirschen wieder zu keuen. Wir präsentieren auf dem Wettbewerb die schnellsten auf einem Hund reitenden Schnecken, verkündete ich feierlich. Das kapiere ich nicht, meinte Betty trocken. Also erklärte ich es eher genauer. Wir kombinieren Hunderennen und Schneckenrennen, das heißt, wir setzen Waldemar und Ottilie auf Wolles Rücken, der dann eine Strecke entlang rennt. Und damit sind Ottilie und Waldemar die schnellsten auf einem Hund reitenden Schnecken, ergänzte Luca. Jetzt habe ich es verstanden. Gibt es sowas in deinem Buch? fragte er dann Aydin, der gleich wieder eifrig zu blättern begann. Nee, das gibt es nicht. Hätte mich auch gewundert. Und wenn Ottilie und Waldemar oder einer von beiden dabei von Wolles Rücken fällt, wollte Bella wissen. Dann ist der Rekordversuch wahrscheinlich gescheitert, antwortete ich. Also müssen wir aufpassen, dass es nicht passiert. Vor allem müssen wir Wolle dazu bringen, mitzumachen, ergänzte Aydin. Ich habe ja nicht gesagt, dass es leicht wird, erwiderte ich, und dachte mit Schaudern an meinen Auftritt mit Wolle bei unserer Schulfeier. Aber es könnte funktionieren, schaltete sich Herr Hintergrube ein. Zumindest ist eine Bedingung für den Wettbewerb erfüllt. Welche denn? Wollte ich wissen. Die Idee ist ausgefallen und kreativ, also mit einem Wort. Verrückt, ergänzten wir. Luca sah eine nach dem anderen an. Dann machen wir es so, wie Mick es vorgeschlagen hat. Einmütiges Nicken war die Antwort. Damit war es beschlossen. Ich möchte auch etwas dazu beitragen, ergänzte Buffalo Bill plötzlich. Wenn ihr wollt, könnt ihr gern hier auf meiner Ranch trainieren. Da seid ihr ungestört und habt genug Platz. Ihr müsst nur auf die Kuhfladen aufpassen, fügte er dann noch mit einem breiten Grinsen hinzu. Dieses Angebot nahmen wir natürlich gerne an und bedankten uns bei ihm für seine Hilfe und natürlich für den Kakao, als wir uns schließlich auf den Heimweg machten. Zu Hause saß Mama schon beim Abendbrot. Erst da nahm ich wahr, wie groß mein Hunger war. Also gesellte ich mich gleich zu ihr. Stopf das Essen doch nicht so in dich hinein. Tadelte Mama mich schon nach zwei Bissen. Du bekommst sonst noch Bauchweh. Bo-bo-bo- Hunger, erwiderte ich mit vollem Mund. Wir waren bis eben bei Buffalo Bill wegen unseres Rekords. Herrn Hintergruber verbesserte Mama mich streng. Wisst ihr denn jetzt, was ihr machen wollt? Als Antwort nickte ich nur, da mein Mund so voll war, dass ich beim besten Willen nicht sprechen konnte. Das ist gut, erwiderte sie. Morgen muss ich nämlich die Klassen melden, die an dem Wettbewerb teilnehmen wollen. Ich schluckte, um wieder reden zu können. Das musst du machen? Sicher. Schließlich seid ihr Minderjährige und es ist in gewisser Hinsicht eine Schulveranstaltung. Außerdem will die Firma, die den Wettbewerb veranstaltet, wissen, ob ich seufzte. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Wer macht von unserer Schule denn sonst noch mit? Nur ihr und die Klasse von Herrn Schmitz? Mehr nicht? Das ist gar nicht so schlecht, erwiderte Mama. Aus anderen Schulen reichen noch weniger eine Idee ein. Sogar die Merkel Schule wird nur eine Klasse anmelden. Typisch, brummte ich, und bis in mein Käsebrot. Die Merkel oder Angela Merkel Schule, wie sie vollständig hieß, war die größte Schule in unserer Stadt. Mit ihr, oder besser mit einigen Schülern, hatten wir während unserer Rettungsaktion ziemlichen Ärger gehabt. Plötzlich fiel mir etwas ein. Woher weißt du eigentlich, wie viele Klassen von der Merkel mitmachen? Das hat mir Paul erzählt, antwortete Mama. Paul, wer sonst? Schließlich konnte sie ihren Freund nicht Herr Liebermann nennen. Und woher weiß er es? fragte ich, so neutral ich konnte. Ein Neffe von ihm, genauer gesagt, der Sohn seiner Schwester geht dort zur Schule. Er besucht sogar die Klasse, die an dem Wettbewerb teilnimmt. Allerdings hat er sich davon freistellen lassen. Warum denn das? Mama zögerte einen Moment, bevor sie antwortete. Er hat wohl gerade ganz andere Probleme. Seine Eltern lassen sich scheiden und dabei geht es anscheinend nicht sehr friedlich zu. So oft er kann, nimmt Paul den Jungen zu sich, damit er auf andere Gedanken kommt. Ohne dass Paul Liebermann es ahnte und ohne dass ich es Mama sagte, konnte ich Mamas Freund mit einem Schlag noch sehr viel besser leiden. Gut, dass es bei Papa und bei dir nicht so war, sagte ich nur. Mama nickte. Das sehe ich auch so. Für welchen Rekord habt ihr euch eigentlich entschieden? fragte sie dann. Als ich es ihr erklärte, lachte sie laut auf. Das ist ja noch verrückter als Fußball rückwärts. Das halte ich für keine sehr gute Idee, wetterte Jesus am nächsten Morgen, nachdem wir ihm erklärt hatten, womit wir unsere Klassenreise gewinnen wollten. Aber warum denn nicht? fragte Luca. Auf jeden Fall ist es verrückt genug. Das schon, aber mir macht Sorgen, dass den Schnecken etwas zustoßen könnte. Auf die passen wir gut auf, Ehrensache, versuchte ich unseren Klassenlehrer zu beruhigen. Odilie und Waldemar passiert bestimmt nichts, stand auch Kalou mir bei. Jesus sah zu unserer Tier- Umwelt- und Menschenschützerin Pink. Und was sagst du dazu? Ich finde es okay, antwortete die leicht hin. Schließlich wollen wir sie nicht essen wie in anderen Ländern. Die sollen ja nur auf Wolle reiten. Vielleicht haben sie sogar Spaß dabei. Ich musste mir ein Lachen verkneifen, als ich mir Waldemar und Ottilie grinsend und mit im Wind flatternden Stilaugen auf Wolles Rücken vorstellte. Man sah Jesus an, wie er mit sich kämpfte. Dann nickte er endlich. Also gut, meinetwegen, aber ihr müsst mir fest versprechen, dass ihr gut auf sie aufpasst und auch gut für sie sorgt. In der Pause wartete Kalou mit einer Überraschung auf. Über das ganze Gesicht strahlend präsentierte er uns wieder eine Tüte. Waffeln selbst gebacken zum Trainieren. Aber wir haben uns doch auf die reitenden Schnecken geeinigt, erwiderte Luca. Kalou nickte. Ersatzrekord sicherheitshalber. Und das ist nicht nur eine Ausrede, damit du möglichst viele davon futtern kannst, argwöhnte Pink. Kalou grinste sie breit an. Natürlich nicht. Damit holte er eine Waffel aus der Tüte und verspeiste sie mit einem Haps. Luca betrachtete Wolle an meiner Seite. Vielleicht sollten wir schon mal mit dem Training anfangen. Schließlich ist der Wettbewerb am nächsten Wochenende. Ich finde es nicht gut, wenn wir Waldemar und Ottilie zwischen den vielen Schülern auf dem Pausenhof reiten lassen, erwiderte Pink. Luca schüttelte den Kopf. Wir ohne Schnecken trainieren, schließlich soll Wolle auf ein Kommando losrennen. Kein Problem, sagte ich leicht hin. Wolle bleibt hier bei euch und ich gehe auf die andere Seite des Pausenhofs. Dann rufe ich ihn und er kommt angerannt. Luca nickte. Guter Plan. Wir mussten dann jedoch feststellen, dass der Plan wohl doch nicht ganz so gut war. Zumindest schien Wolle ihn nicht gut zu finden. Ganz gleich, wohin ich lief, Wolle wich nicht von meiner Seite. Da halfen weder gutes Zureden noch strenge Hundekommandos. Wir können es ja anders herum versuchen, schlug schließlich Pink vor. Ich gehe auf die andere Seite des Pausenhofs und du bleibst mit Wolle hier. Dann rufe ich ihn und er kommt zu mir. Ich zuckte mit den Schultern. Ich habe zwar nicht viel Hoffnung, dass es klappt, aber wir sollten es zumindest ausprobieren. Also joggte Pink bis auf die gegenüberliegende Seite unseres Pausenhofs. Dann rief sie Wolle komm zu mir, wobei sie unübersehbar mit ihren Armen herumwedelte. Sei ein braves Hundchen. Wie ich Bellas Lockrufe. So wild sie auch herumhüpfte und rief, Wolle blieb eisern neben mir stehen. Schließlich kniete ich mich vor ihn hin. Jetzt hör mir mal genau zu, du Wuschelbär, du musst doch nur. Du redest gerade mit seinem Hintern, unterbrach mich Kalou auf einer Waffel kauend. Ich wollte schon widersprechen, als der Teil, dem ich mich zugewandt hatte, zu wackeln begann. In der Hoffnung, dass es außer Kalou niemand bemerkt hatte, sprang ich schnell auf Wolles entgegengesetzte Seite und versuchte es noch einmal. Du musst doch nur einmal zu Pink laufen, dann kannst du gleich wieder zu mir zurück kommen. Als Antwort erschien eine rosa Zunge und leckte mir quer übers Gesicht. Luca hob resigniert die Schultern. So wird das nichts, vielleicht sollten wir ihn mit einer Belohnung locken, schlug Lisa vor. Was denn für eine Belohnung? fragte Betty. Was schon, schnaubte Kalou. Was zu futtern natürlich. Ich hielt ihm meine offene Hand hin. Dann gib mir mal eine von deinen Waffeln. Damit lässt er sich bestimmt locken. Kalou riss erschrocken die Augen auf und klammerte seine Hände fester um die Waffeltüte. Eine von meinen Waffeln? Die mag er bestimmt nicht. Ich ließ meine Hand, wo sie war. Nun mach schon, für dich bleiben immer noch genug übrig. »Hallo gut, wenn's sein muss«, brummte Kalou und trennte sich seufzend von einer halben Waffel. Wieder kniete ich mich vor Wolle, wobei ich dieses Mal genau darauf achtete, dass es die Seite mit der Schnauze war. »Guck mal, Wolle«, begann ich mit möglichst einschmeichelnder Stimme, »die bekommst du, wenn du brav zu Pink und mir wieder zurückläufst.« Zu meiner Freude gegenüberliegende Teil zu wackeln. »Prima, dann lauf, jetzt!« Wolles hinterer Teil wackelte immer noch, nur bewegte er sich nicht von der Stelle. »Vielleicht sollte Pink die Waffel halten und ihn damit locken«, schlug Aydin vor. »Das könnte klappen«, meinte auch Luca. Also lief ich mit der Waffel in der Hand auf Pink zu und hielt nach drei Schritten wieder an. Da Wolle nun erst recht bei mir geblieben war. »Wir brauchen eine neutrale Person«, schlug Aydin vor, einen Waffelträger sozusagen. »Mach ich schon«, bot Bulli sich gleich an, nahm mir die Waffel aus der Hand und machte sich auf den Weg zu Pink. Mit Wolle an seiner Seite. »Das darf nicht wahr sein«, stöhnte ich auf, »jetzt läuft er der Waffel hinterher. Kann ich verstehen«, meinte Kalou trocken, »sind echt lecker.« Nacheinander versuchten es noch Luca, Betty, Ludmilla und Aydin, immer mit dem gleichen Ergebnis. Wolle blieb hartnäckig an der Waffel. Als es zur Pause läutete, gaben wir auf und Wolle die Waffel. Ich fragte mich, wie wir es mit Waldemar und Ottilie auf seinem Rücken schaffen sollten, wenn wir Wolle noch nicht einmal ohne sie zu einem Hundesprint über den Pausenhof bringen konnten. Siebtes Kapitel Ein lebendiger Plüschhund und ein Foto mit Kuh Obwohl unsere Erfahrungen mit Wolle auf dem Pausenhof nicht sehr ermutigend gewesen waren, trafen wir uns am Nachmittag an der Schule. Kalou hatte sich breitschlagen lassen, ein paar von seinen Waffeln für das Training übrig zu lassen. Die hatte er auch tatsächlich mitgebracht. Pink argwöhnte zwar, dass er alle aufgefuttert und Maggie neue gebacken hatte, aber das war mir egal. Hauptsache wir hatten etwas, mit dem wir Wolle anlocken konnten. Oder es zumindest versuchten. Nachdem wir die Reitschnecken Waldemar und Ottilie gefüttert hatten, trugen wir sie samt ihrem Terrarium nach draußen. Wo Wolle mich begrüßte, indem er hinterteilwackelnd auf mich zugestürmt kamen. Genauso musst du es gleich mit Waldemar und Ottilie auf deinem Rücken machen, erklärte ich der Seite, die hechelte und aus der eine Zunge hing. Auf dem Weg zu Buffalo Bills Ranch kamen wir an unserem Sportplatz vorbei, wo der Coach mit seiner Klasse an deren Rekordversuch trainierte. Uns war schnell klar, dass auch sie mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Bei dem Versuch, rückwärts Fußball zu spielen, rannten einige sich gegenseitig über den Haufen, andere stolperten über ihre eigenen Füße oder den Ball, während sich wieder andere plötzlich weit außerhalb des Spielfeldes wiederfanden. Wir sahen ihnen eine Weile dabei zu und wussten nicht, ob wir lachen oder sie bedauern sollten. Auch wenn wir ihn gern noch etwas länger zugeschaut hätten, machten wir uns bald wieder auf den Weg. Schließlich wollten auch wir diese Reise gewinnen. Wie schon am Tag zuvor empfing uns Buffalo Bill mit Kakao und Gebäck. Also stärkten wir uns erst einmal, wobei auch Wolle nicht zu kurz kam. Während wir tranken und aßen, betrachtete unser alter Schuldirektor interessiert unsere Schnecken. Warum hat die eine den einen roten Fleck auf ihrem Schneckenhaus, wollte er wissen. Ist sie krank? Das ist Waldemar, erklärte Luca Count. Den Punkt haben wir ihm auf das Haus gemalt, damit wir ihn erkennen können. Die ohne Punkt ist Ottilie. Aha, sagte Buffalo Bill nur, wobei ihm deutlich anzusehen war, dass es sich gerade ein Lachen verkneifen musste. Als schließlich die Kakaokannen leer und unsere Bäuche voll waren, führte uns Herr Hintergruber zu einer seiner Weiden, wo wir mit Wolle und den Reitschnecken trainieren konnten. Zum Glück war es nicht die Weide von Rita, trotzdem untersuchten Lisa und Bella sie genau. Kuhfladen frei, stellten sie dann aber zufrieden fest. Ich platzierte mich mit Wolle dicht am Zaun. So hatte er genug Platz, um bis zur anderen Seite der Weide zu rennen, wenn er es dann endlich machen würde. Sollen wir es erst noch einmal ohne Schnecken versuchen, schlug ich vor. Wenn wir sie dabei haben, dann sollten wir sie auch gleich auf Wolles Rücken setzen, widersprach Luca. Bulli, der das Terrarium trug, hielt es vor sich. Wer holt sie raus? Ich nicht, rief ich gleich. Ich muss bei Wolle bleiben. Ich fasse die glitschigen Dinge auch nicht an, rief Bella und schüttelte sich. Die sind doch gar nicht glitschig, erwiderte Aydin. Jedenfalls die Schneckenhäuser nicht. Dann hol du sie doch raus, rief Lisa. Ihr stellt euch vielleicht an, brummte Kalou, ging zu Bulli und buxierte Waldemar und Ottilie vorsichtig aus dem Glaskasten. Dann sah er mich an. Wohin soll ich sie setzen? Wohin schon, auf seinen Rücken natürlich. Der ist aber groß. Luca stöhnte hörbar auf. Setz sie doch einfach in die Mitte. Kalou nickte nur und platzierte erst Waldemar und dann Ottilie vorsichtig auf der breitesten Stelle von Wolles Rücken. Ich hoffte, dass unser Schulhund sie möglicherweise durch sein dickes Fell gar nicht spürte. Doch dann geschah etwas Seltsames. Kaum hatte Kalou die Schnecken auf Wolle gesetzt, bewegte der sich überhaupt nicht mehr. Er hatte zwar auch vorher brav neben mir auf der Weide gestanden, aber trotzdem ab und zu mit dem Kopf oder seinem Hinterteil gewackelt oder er war von einem Bein auf das andere getreten. Doch nun stand er da, als wäre eingefroren oder als hätte ein Zauberer ihn in ein Plüschhund verwandelt. Den anderen war diese plötzliche Veränderung offensichtlich nicht aufgefallen, denn Bella fragte, »Machen wir es wie auf dem Pausenhof?« Luca nickte. »Und nimm am besten gleich die Waffel mit, aber pass auf, dass Wolle sie nicht sieht.« Kalou steckte Bella möglichst unauffällig eine Waffel zu, die sie sofort unter ihre Jacke packte. Damit lief sie zur gegenüberliegenden Seite der Weide und rief, »Wolle, komm zu mir, sieh mal, was ich habe!« Dabei schwenkte sie gut sichtbar die Waffel über ihrem Kopf. Ich beobachtete Wolle. Er rührte sich immer noch nicht, aber nicht nur das. Er hatte Bella den Hintern zugewandt und machte keine Anstalten, sich umzudrehen. Die Seite mit der heraushängenden Zunge blickte stur in Richtung Ritas Weide. Die Kuh erwiderte den Blick, rührte sich aber ebenfalls nicht von der Stelle. »Irgendwas stimmt nicht mit Wolle, rief ich. Er bewegt sich einfach nicht mehr. Kurz darauf standen alle um Wolle herum, der immer noch wie versteinert neben mir ausharte. Noch nicht einmal seine Zunge zuckte. Die Schnecken hatten sich mittlerweile ein kleines Stück durch sein dichtes Fell gekämpft. Wahrscheinlich glaubten sie, in einem Urwald ausgesetzt worden zu sein. Kalu kniete sich vor ihn hin. »Wolle, hallo, was ist mit dir?« Dabei wedelte er mit seinen Händen vor Wolles Kopf herum. Es half nichts. Wolle rührte sich keinen Millimeter. »Paralysiert«, sagte Aydin plötzlich. »Para was?« fragte ich entgeistert. »Ich glaube, Wolle ist wegen der Schnecken paralysiert«, erklärte unser Professor. »Aha«, erwiderte ich, »kannst du es auch so erklären, dass jemand wie ich es kapiert?« Wolle hat »Wolle hat Angst vor den Schnecken, dass es sich nicht mehr bewegen kann.« »Angst«, rief Ludmilla, »wie kann ein so großer Hund Angst vor ein paar kleinen Schnecken haben?« »Vielleicht ekelt er sich vor ihnen«, überlegte Lisa. »Das könnte ich gut verstehen.« »Ich auch«, pflichtete ihr Bella gleich bei. »Sogar Elefanten haben ja angeblich Angst vor Mäusen«, meinte Bulli. »Warum sollen Hunde dann keine Angst vor Schnecken haben?« »Dann lasst es uns herausfinden«, schlug Luca vor. »Wir nehmen die Schnecken von ihm runter und sehen, was er dann macht.« Vorsichtig nahm Kalou Waldemar und Ottilie von Wolles Rücken. Kaum dass die beiden sich wieder in ihrem Terrarium befanden, schüttelte Wolle sich, machte einen Grunz laut und wälzte sich einmal über die Wiese. »Eyden hat sich wohl nicht geirrt«, stellte Luca fest, egal ob Angst oder Ekel, Wolle hat sich nicht bewegt, weil er die Schnecken auf seinem Rücken gespürt hat. Wütend trat ich einen nicht vorhandenen Stein weg. So ein Mist, wenn er sich mit den Schnecken auf dem Rücken überhaupt nicht bewegt, dann können wir unseren Rekord vergessen. »Gibt es Probleme?« rief jemand. Gleichzeitig sahen wir in die Richtung, aus der wir die Stimme gehört hatten. Paul Liebermann kam auf uns zu. Er wurde von einem Jungen begleitet, der ungefähr so alt wie wir zu sein schien. Es war das erste Mal, dass ich Herrn Liebermann begegnete, seit ich war. Ich spürte, wie ich rot anlief, als er mir freundlich zulächelte und hoffte, meine Freunde würden es nicht bemerken. »Kein Wort zu dem Reporter, dass unser Rekord noch nicht klappt, raunte Luca uns zu, bevor Herr Liebermann es hören konnte. »Alles in Ordnung«, rief er dann den beiden Ankömmlingen entgegen. »Keine Probleme. Woher wussten sie, dass sie uns hier finden konnten?« fragte ich, kaum, dass sie bei uns standen. Gleichzeitig ärgerte ich mich darüber. »Das hatte sich so angehört, als wäre es mir nicht recht?« Herr Liebermann schien es nicht so aufgefasst zu haben. »Zumindest lächelte er mich an.« »Deine Mutter hat es mir erzählt. Das ist übrigens Jannik, mein Neffe«, fügte er dann noch hinzu, indem er auf den Jungen neben sich zeigte. Der begrüßte uns mit einem leisen »Hi«, wobei er vermied, einen von uns anzusehen. Er fühlte sich offensichtlich nicht wohl hier. Vielleicht war er aber einfach nur schüchtern oder es hatte mit den Problemen zu tun, von denen Mama mir erzählt hatte. »Wollen Sie für Ihre Zeitung über unseren Rekordversuch berichten?« wollte Luca von Herrn Liebermann wissen. »Darum bin ich hier.« »Das ist aber geheim«, platzte es aus Bule heraus und er erntete zustimmendes Gemurmel von uns anderen. Der Reporter hob beschwichtigend die Hände. »Keine Angst, ich werde keine Einzelheiten verraten, das ist doch wohl Ehrensache. »Worüber wollen Sie denn dann schreiben?« fragte Pink. »Eher allgemeine Sachen. Warum ihr euch dazu entschlossen habt, mitzumachen zum Beispiel, ob es euch Spaß macht, welche Chancen ihr euch ausrechnet und so weiter.« »Fotos machen Sie keine?« fragte Ludmilla skeptisch. »Doch, aber auf denen wird man garantiert nicht erkennen, welchen Rekord ihr euch ausgedacht habt.« So lief es dann auch tatsächlich ab. Wir wurden interviewt, ohne dass wir unser Geheimnis verraten mussten. Dafür erfuhren wir, was ich schon wusste. Von der Merkel hatte sich nur eine Klasse für den Wettbewerb angemeldet, obwohl unsere Schule sehr viel kleiner war. Das löste natürlich gleich Jubel bei meinen Freunden aus. Dann wurden noch ein paar Fotos von uns mit und ohne Wolle gemacht. Auf Aydins Vorschlag fotografierte Herr Lehmann uns dann auch noch mit Rita. »Falsche Spur«, raunte Aydin uns augenzwinkernd zu. »Sicherheitshalber!« Achtes Kapitel Schnecken im Urwald und ein Hundesattel. »Er ist ja wirklich nett, dein Reporter«, meinte Pink, als Herr Liebermann und Yannick wieder gegangen waren. »Er ist nicht mein Reporter«, regte ich mich lauter auf, als ich eigentlich wollte. »Okay, okay«, beschwichtigte Pink gleich. »Trotzdem ist er nett. »Hab ja nie was anderes behauptet. Sein Neffe scheint aber ziemlich schüchtern zu sein«, schaltete Bella sich ein. »Kann sein, ich habe ihn heute auch zum ersten Mal gesehen. Möchte er denn Reporter werden, wollte Pink wissen, oder warum begleitet er seinen Onkel? Nee, das hat andere Gründe. Dann erzählte ich ihnen von Yannicks Problem und dass sein Onkel ihn öfter zu sich nimmt, damit er auf andere Gedanken kommt. Dabei verriet ich auch, dass er auf die Merkel ging. »Hoffentlich verrät er den nichts«, argwöhnte Bulli. Ich schüttelte den Kopf. Kann ich mir nicht vorstellen, der hat ganz andere Sorgen. In den nächsten Tagen versuchten wir alles, um Wolle dazu zu bewegen, die Schnecken auf sich reiten zu lassen. Leider tat er uns diesen Gefallen nicht. Ohne Schnecken auf dem Rücken war es kein sobald wir allerdings Waldemar und Ottilie auf seinen Rücken setzten, wurde er so steif, als wollte er sich für ein Wachsfiguren Kabinett bewerben. Schließlich verschwanden die beiden auch noch in Wolles Schnecken Urwald. Wir brauchten fast eine halbe Stunde, bis wir sie endlich wieder gefunden hatten. Erstaunlich, meinte Aydin, sie sind fast bis zu seinen Ohren gekommen. Woher willst du wissen, Ohren sind, entgegnete Pink. Luca stellte sich vor Wolle und schüttelte den Kopf. So hat das keinen Sinn, Leute. Dann willst du aufgeben, fragte ich und suchte schon nach Gründen, warum wir unbedingt weitermachen mussten. Eigentlich nicht, antwortete Luca dann aber zögernd. Ich habe nur keine Idee, wie wir Wolle doch noch überzeugen können. Ich würde mich mit diesen glitschigen Dingern auf dem Rücken auch nicht vom Fleck rühren, erwiderte Lisa und erntete dafür einen verständnisvollen Blick von Bella. Und wenn er sie nicht auf dem Rücken hätte, fragte Aydin und sah aus, als hätte er sich diese Frage selbst gestellt. Nicht auf dem Rücken, wiederholte ich, willst du sie ihm auf den Kopf setzen oder unter den Bauch binden? Das wird ihm wohl kaum besser gefallen. Aydin schüttelte bedächtigt den Kopf. Nee, aber wenn wir sie in ein Gefäß verfrachten, damit er nur dieses Gefäß und nicht die Schnecken spürt. Was soll denn das für ein Gefäß sein? fragte Betty. Ein Sattel, rief Kalou so unvermittelt, dass wir anderen zusammen zuckten. Ein Sattel für Schnecken? Gibt es sowas? fragte Luthmilla. In meinen Spielen tragen alle möglichen Figuren einen Sattel. Ein Sattel, in dem eine Schnecke sitzt, habe ich noch nicht einmal dargesehen. Müssen wir halt einen basteln, entgegnete Kalou nur. Ich überlege mir was und mache eine Zeichnung. Gute Idee, freute sich Luca. Mit der Zeichnung gehen wir dann zum Coach Menschen fragen, ob wir seine Werkstatt dafür benutzen können. Als wir uns am nächsten Morgen noch vor dem Unterricht an unserem Stammplatz trafen, stellte Kalou wieder einmal unter Beweis, dass er wohl ein besserer Hausmeister als sein Vater wäre, zumindest was seine handwerklichen Fähigkeiten betraf. Nicht nur, dass er sich einen tollen Sattel für Waldemar und Ottilie ausgedacht hatte, auch seine Zeichnung war so gut, dass wir kannten, dass dieser Schneckensattel tatsächlich funktionieren könnte. Er bestand aus zwei nebeneinander angebrachten tiefen Schalen. Damit Waldemar und Ottilie nicht herausfallen oder weglaufen können, erklärte Kalou. Schnecken laufen nicht, die kriechen, erklärte Aydin. Kalou schnaubte. Meinetwegen, jedenfalls können sie nicht raus. Und die beiden Ösen an jeder Seite sind die für die Riemen, mit denen wir den Sattel an Wolle festbinden, wollte Luca wissen. Kalou nickte, oder Bender, die reichen wohl auch, schließlich sind die beiden ja nicht schwer. Nachdem Nachdem Kalou noch einmal gebührend gelobt und auf die Schulter geklopft hatten, entschieden wir in der ersten großen Pause zum Lehrerzimmer zu gehen, um den Coach zu sprechen. Wenn der Coach nicht einverstanden ist, können wir auch die Werkstatt vom Meister nehmen, erklärte Kalou. Allerdings hat der Coach viel besseres Werkzeug. Kalous Bedenken waren unbegründet. Als wir unserem Mathelehrer erzählten, dass wir seine Werkstatt für unseren Rekord brauchten und ihm versprachen, vorsichtig mit dem Werkzeug umzugehen, war er einverstanden. Dank Kalous handwerklicher Fähigkeiten und des guten Werkzeugs unseres Mathe- und Werklehrers schafften wir es nach dem Unterricht tatsächlich in nur zwei Stunden einen schönen Schneckensattel zu basteln. Zumindest gefiel er uns sehr gut. Was Waldemar und Ottilie davon hielten, war ihnen nicht anzusehen. Noch in der Werkstatt veranstalteten wir ein Probesitzen. Beide passten in die Schalen und rührten sich nicht von der Stelle. Also lasst uns herausfinden, was Wolle davon hält, entschied Luca schließlich. Wir vielleicht zuerst nur mit dem Sattel und ohne die Schnecken, schlug ich vor. Dann gewöhnte er sich eher daran. Da hatte ich mich leider getäuscht. Allerdings blieb Wolle nicht stocksteif stehen, wie er es mit den Schnecken auf dem Rücken tat. Ganz im Gegenteil, sobald ich auch nur versuchte, ihm den kleinen Schneckensattel auf den Rücken zu legen und ihn mit zwei Bändern unter seinem Bauch festzubinden, ein Fell gestreut. Nach mir versuchten es erst noch Luca und dann auch Pink. Wir müssen ihn festhalten, entschied Luca schließlich. Bulli hob eine Hand. Kein Problem. Dann kniete er sich hin, um Wolle ruhig zu stellen. Doch genau in dem Augenblick schrie Bella auf. Fast gleichzeitig fuhren wir zu ihr herum und wussten sofort, wovor sie sich erschreckt hatte. Nur einige Meter von uns entfernt standen Schüler der Merkel Schule und sahen zu uns herüber. Einige von ihnen reckten die Hälse, um besser sehen zu können. Andere grinsten uns unverschämt an. Was wollt ihr hier? rief Luca gleich. Macht dass ihr verschwindet, ihr habt hier nichts verloren. Wir können hier so lange bleiben, wie wir wollen, rief einer der Merkels. Könnt ihr vergessen, entgegnete Kalou. Unser Pausenhof, unsere Schule. Schule? fragte ein anderer und lachte gackernd. Das ist keine Schule, sondern ein rosa Prinzessinnenschloss. Dabei zeigte er auf unser pink angestrichenes Schulgebäude, während sich seine Freunde vor Lachen bogen. Was macht ihr denn da mit dem komischen Hund? fragte dann der Erste wieder. Soll das etwa euer Rekord werden? Da braucht ihr euch erst gar nicht zu dem Wettbewerb anzumelden, ihr Pfeifen. Spione, raunte Aydin mir zu, das sind bestimmt die Merkels, die auch an dem Wettbewerb teilnehmen wollen. Die Gruppe Zehn Schritte von uns entfernt. Das geht euch gar nichts an, rief Luca ihnen zu, und jetzt verschwindet endlich. Wir bleiben, haut ab. Nun standen wir nur noch fünf Schritte voneinander entfernt, und es konnte nicht mehr lange dauern, bis wir uns so nah gegenüber standen, dass es in eine Prügelei ausartete. Das wäre zwar das Letzte gewesen, was ich wollte, aber wenn die Merkels damit anfingen, würden wir uns verteidigen. Neuntes Kapitel Wolle auf der Flucht? Am liebsten hätte ich ihnen mit einem sie anknurrenden Wolle Angst angejagt. Nur leider hatte der sich ängstlich hinter mir versteckt. Was gibt das hier? dröhnte plötzlich eine Stimme über den Pausenhof. Es war der Coach, unser Mathelehrer. Die sind von der Merkel und wollen uns ausspionieren, rief Aydin gleich. Gar nicht, rief einer der Merkels, außerdem können wir hingehen, wo wir wollen. Das sehe ich anders, entgegnete der Coach. Ihr seid keine Schüler dieser Schule, also verlasst bitte den Pausenhof und zwar plötzlich, wenn ich bitten darf. Aber ich glaube, ich habe mich klar ausgedrückt, oder? Auch wenn unser Coach eigentlich ein sehr freundlicher Lehrer war, wussten wir, dass sich das sehr schnell ändern konnte, wenn er wütend wurde. Das merkten wohl auch unsere Gegner. So verzogen sie sich ohne weitere Proteste. Plötzlich verpasste mir Pink einen Rippenstoß. Aua, was soll das denn? Da hinten, rief sie und zeigte auf ein Gebüsch gleich hinter der Schulmauer. Dort stand ein Junge und beobachtete die abziehenden Merkel-Schüler. Ist das nicht Janik? fragte Ludmilla, die ihn offensichtlich auch gesehen hatte. Nun starrten alle zu dem Jungen, der in dem Augenblick merkte, dass er entdeckt worden war, sich schnell umdrehte und weglief. Luca reckte den Jörg, was wollte der? Was schon, rief Aydin, spionieren natürlich. Bestimmt hat er verraten, dass wir einen Rekord mit Wolle planen. Das hat er ja gesehen, als er mit seinem Onkel bei uns war. Niemand widersprach ihm, dieses Mal auch ich nicht, wobei ich mir den schüchternden Jannik nicht wirklich als Spion und Verräter vorstellen konnte. Andererseits war es schon ein seltsamer Zufall, dass ausgerechnet er mit den Typen von der Merkel hier aufgetaucht war, selbst wenn er sich versteckt gehalten hatte. Da uns die Lust vergangen war, noch weiter mit Wolle zu trainieren und wir außerdem fürchteten, der Coach könnte versuchen, uns zu seinem Rückwärts Fußball zu überreden, machten wir Schluss und gingen nach Hause. Schon als sich die Wohnungstür aufschloss, hörte ich Mama reden. Zunächst vermutete ich Besuch, erkannte dann aber, dass sie telefonierte. Während ich meine Jacke auszog, achtete ich noch nicht auf das, was sie sagte. Erst als ich schon die Hand nach der Tür zum Wohnzimmer ausstreckte, sagte Mama etwas, das mich aufhorchen und innehalten ließ. Ach Paul, das ist eine sehr wichtige Entscheidung, die man nicht so einfach treffen kann. Sie telefonierte also mit ihrem Freund. Dann hörte ich sie fragen, wann wirst du denn nach Amsterdam versetzt? In drei Monaten schon? Ja, das verstehe ich. Ich bin ja auch erst ein paar Monate an der Schule. Wir sollten noch einmal in Ruhe darüber reden. Obwohl ich hörte, wie Mama das Gespräch beendete, blieb ich immer noch in der Diele stehen und starrte auf die geschlossene Tür, ohne mich zu bewegen. Nur allmählich begriff ich, was ich da gehört hatte und wollte es aber gleichzeitig nicht glauben. Paul Liebermann würde also in drei Monaten für seine Zeitung nach Amsterdam gehen. Und Mama sollte eine Entscheidung treffen. Welche? Mir fiel nur eine ein. Die Entscheidung, ob wir ihn begleiten sollten. Mir lief es kalt den Rücken herunter, wenn ich nur daran dachte. Das wollte ich auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Während des Abendessens kämpfte ich mit mir, ob ich Mama darauf ansprechen sollte, doch ich traute mich nicht. Sie hatte ihm ja noch nicht zugesagt, dass wir ihn begleiten würden. Und selbst wenn, was würde ich dann dazu sagen? So wie ich Mama kannte, würde sie Rücksicht auf mich nehmen, wenn ich mich weigern würde. Aber dann würde sie vielleicht ihren neuen Freund verlieren, und das wollte ich auch nicht. zu Mamas Verwunderung ging ich gleich nach dem Essen in mein Zimmer und bald darauf ins Bett. Einschlafen konnte ich erst dann, als ich eine Entscheidung getroffen hatte. Ich würde weder Mama fragen, noch irgendjemandem davon erzählen, bis ich wusste, ob sie wirklich mit Herrn Liebermann nach Amsterdam ziehen wollte. So lange wollte ich mir erst einmal selber darüber klar werden, was ich eigentlich wollte. Alle Gedanken an Mama, Herrn Liebermann und Amsterdam waren mit einem Schlag verflogen, als ich am nächsten Morgen Kalou am Schultor stehen sah. Da es noch ziemlich früh war, wunderte ich mich darüber. Sonst ist er immer einer der Letzten. Schließlich wohnt er gleich neben der Schule. Außerdem war er längst nicht so cool wie sonst, sondern zappelte nervös herum und blickte sich immer wieder nach allen Seiten um, als suche er jemanden. Da stimmte etwas nicht. Was ist los? rief ich, noch bevor ich ihn erreicht hatte. Kalou hob die Arme und ließ sie wieder fallen. Bulle! Was ist mit ihm? Weg! Ich schloss die Augen und zählte bis zehn. Nein, ich würde mich jetzt nicht darüber aufregen, dass man Kalou jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen musste. »Was soll das heißen? Wolle ist weg? Wohin?« Nun hob Kalou seine Schultern und ließ sie gleich wieder sinken. »Keine Ahnung. Weg eben. Verschwunden.« »Das kann doch nicht sein!« rief ich. »Er ist bestimmt irgendwo auf dem Schulgelände.« »Ist er nicht?« entgegnete mein Freund. »Alles durchsucht, Mama, Papa und ich.« »Wie habt ihr überhaupt gewusst, dass er verschwunden ist?« fragte ich weiter. »Es ist doch noch so früh.« »Sein Frühstück hat er nicht angerührt.« Nun war auch ich davon überzeugt, dass unser wuscheliger Schulhund verschwunden war. Auf sein Essen verzichtete Wolle niemals. In der Hinsicht passten er und Kalou sehr gut zusammen. Nach und nach erschienen unsere Freunde und auch die anderen Schüler und Lehrer. Gleichzeitig verbreitete sich die beunruhigende Neuigkeit von Wolles Verschwinden in Windeseile. Es dauerte nicht einmal bis zum Läuten zur ersten Stunde, da hatte Mama bereits angeordnet, die Schule nach ihm gründlich zu durchsuchen. Das ließ sich kein Schüler und auch kein Lehrer zweimal sagen. Alles, wirklich alles wurde durchkämmt. Wir konnten Jesus sogar dabei beobachten, wie er in den Schubladen seines Schreibtisches nachsah. Wolle ist verschwunden, nicht Fräulein Ling, meinte Pink trocken. Als es zur ersten Pause läutete, hatten wir schließlich die schlimme Gewissheit, dass sich Wolle weder in der Schule noch auf dem Schulgelände befand. Einige Schüler und Lehrer hatten sogar die Gegend um das Schulgelände herum abgesucht, doch auch sie hatten keine Spur von ihm entdecken können. Vielleicht ist er entführt worden, überlegte Bulli, als wir uns zur zweiten Pause an unserem Stammplatz versammelt hatten. Von den Merkels, fragte Aydin seinen Freund. Von wem sonst, antwortete Luca für ihn. Vielleicht ist er aber auch einfach nur weggelaufen, sprach ich den Gedanken aus, der mir schon während der Suche nicht mehr aus dem Kopf gegangen war. Warum? rief Kalou. Das hat er doch noch nie gemacht. Bis jetzt sollte er ja auch nicht mit Schnecken auf dem Rücken durch die Gegend rennen, entgegnete Pink und bewies damit, dass sie offensichtlich die gleiche Befürchtung wie ich gehabt hatte. Du meinst, er hatte die Nase voll von unserem Rekord und ist deshalb für uns geflohen? fragte Ludmilla mit sichtlich schlechtem Gewissen. Das stand allerdings auch den anderen ins Gesicht geschrieben. Zumindest könnte ich mir das gut vorstellen, wenn ich daran denke, wie er jedes Mal stocksteif dastand, sobald wir ihm die Schnecken auf den Rücken gesetzt haben. Und der Sattel hat ihm womöglich den Rest gegeben, ergänzte Bella. Luca schüttelte energisch den Kopf. Ich glaube immer noch, dass die Merkels ihn entführt haben. Ich schlage vor, dass wir sie beobachten. Niemand von uns anderen widersprach. Da wir am nächsten Tag nur vier Stunden Unterricht haben würden, wollten wir uns danach auf die Lauer legen und die möglichen Entführer observieren, wie Aydin es nannte. Ich fragte mich allerdings, ob wir dem Plan nur zustimmten, weil wir unser schlechtes Gewissen beruhigen wollten. Zehntes Kapitel Wolle in der Zeitung und ein Kätzchen als Doppelgänger Am Nachmittag erzählte Mama mir, dass Paul Liebermann eine Eilmeldung in der Online-Ausgabe der Zeitung veröffentlicht hatte. Darin berichtete er, dass Wolle verschwunden war und bat die Leser, sich bei der Schule zu melden, falls sie ihn irgendwo entdecken oder wussten, wo wir Wolle finden konnten. Er hatte sogar die E-Mail-Adresse der Schule und ein Foto von Wolle veröffentlicht. Woher hat er denn das Foto, wollte ich wissen, nachdem ich den Artikel auf meinem Smartphone gelesen hatte. Von Maggie, antwortete Mama mit einem Seufzer. Die Arme ist völlig am Boden zerstört. Vielleicht bringt der Artikel ja etwas und jemand meldet sich, der Wolle gesehen hat, erwiderte ich. Ja, vielleicht, antwortete Mama, wobei ihre Stimme nicht besonders zuversichtlich klang. Leider sollte sich ihre Ahnung bewahrheiten, wie wir am nächsten Morgen erfuhren. Die Schule war zwar mit E-Mails geradezu überschüttet worden, aber nicht eine einzige davon brachte uns auf Wolles Spur. Ich verstehe das nicht, schimpfte Maggie, als wir in der ersten Pause mit unserer kompletten Klasse in ihrem Büro standen. Können die Leute nicht lesen? Hört euch nur einmal diese Mail hier an. Ich habe ihr entlaufenes Kätzchen gestern am Bahnhof gesehen. Ein Kätzchen! Gut, dass Wolle nicht weiß, dass man ihn für ein Kätzchen hält, meinte ihr Mann daraufhin. Das würde ihm bestimmt nicht gefallen. Und sonst, fragte Kalu seine Mutter, kein Hinweis? Nichts, antwortete die nur kopfschüttelnd. Die meisten schreiben nur, dass wir ihnen leid tun und dass sie uns wünschen, Wolle wiederzufinden. Wir dürfen die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben, schaltete Mama sich ein, die inzwischen aus ihrem Büro gekommen war. Vielleicht kommt ja doch noch ein brauchbarer Hinweis. Herr Liebermann will den Artikel heute noch einmal veröffentlichen. Dann also die Merkels, sagte Luca nur, nachdem wir Maggies Büro verlassen hatten. Mehr musste er auch nicht sagen, denn jeder von uns wusste, was er damit meinte. Sich nach Schulschluss in der Nähe der Merkel zu verstecken, war kein Problem. Die Schule ist so groß, dass es für die einzelnen Schüler unmöglich ist, jeden zu kennen. Wir müssen nur aufpassen, dass uns die Typen nicht entdecken, die uns ausspioniert haben. Wahrscheinlich werden sie alle gleichzeitig auftauchen, vermutete Aydin. Schließlich gehen sie bestimmt in eine Klasse. Wie meistens irrte sich unser Professor auch dieses Mal nicht. Am Ende der sechsten Unterrichtsstunde tauchten die ersten uns bekannten Gesichter auf dem Platz vor dem Schulgelände auf. Da sind sie, graunte Luca uns zu. Wir spähten um die Ecke der Toreinfahrt, in der wir uns versteckt hatten. Die Schüler unserer Konkurrenzklasse redeten noch einige Worte miteinander, dann liefen sie einzeln oder in Gruppen in verschiedene Richtungen davon. Mist, rief Luca, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht, wir können sie nicht gemeinsam beobachten. Dann trennen wir uns eben, entgegnete Lisa. Das machen wir aber immer zu zweit, entschied unser Klassensprecher, sicher ist sicher. Den Typen, der die größte Klappe gehabt hatte und der wohl auch der stärkste von ihnen war, nahmen sich zu meiner Erleichterung Bulli und Aydin vor. Den verfolge ich, rief ich, als ich Jannik aus dem Schultor kommen sah. Bin dabei, meinte Kalu nur. Wir mussten uns nicht beeilen, denn Herr Liebermanns Neffe lief nicht besonders schnell, sodass es für uns kein Problem war, ihm auf den Fersen zu bleiben. Allerdings hielten wir den Abstand so groß, dass er uns nicht gleich entdecken konnte, falls er sich umsah. Ob er nach Hause geht, wollte Kalu wissen. Keine Ahnung, entgegnete ich, warum. Wenn ja, dann hat er einen ziemlich langen Schulweg. Ich sah auf meine Uhr. Stimmt, wir verfolgen ihn jetzt schon fast 20 Minuten. Ich habe allerdings auch keine Ahnung, wo er wohnt. Bestimmt ist er bald da, vermutete Kalu. Damit weit gefehlt. Janik lief und lief und lief, wobei er sich nicht ein einziges Mal umsah. Schließlich waren wir fast schon am Stadtrand angekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch sein Elternhaus kommt, sagte ich zu Kalu, während ich die Umgebung betrachtete. Wir befanden uns auf einem schmalen Weg, der an einer Seite an einer hohe Hecke grenzte. Auf der anderen Seite waren zwischen einzelnen Häusern, Wiesen und sogar Felder zu sehen. Ich komme mir fast schon vor, wie auf der Ranch von Buffalo da unterbrach Kalou mich und zeigte in die Richtung, in der Yannik noch vor einigen Augenblicken zu sehen gewesen war. Doch nun war er verschwunden. Wo ist er hin? rief ich und entdeckte im selben Augenblick einen Durchgang in der Hecke. Darüber war ein Schild angebracht. Kleingartenverein im Märzen der Bauer e.V. Schrebergärten brachte Kalou heraus. Da wohnt er? Ich schüttelte den Kopf. Kann ich mir nicht vorstellen. Vorsichtig betraten wir die Schrebergartenanlage und sahen Yannik gerade noch in einem der Gartenhäuschen verschwinden. Sieht aber so aus, entgegnete Kalou. Ich erwiderte nichts darauf, sondern lief gebückt auf das Gartentor zu, hinter dem ein Weg zwischen Gemüse und Blumenbeeten zu dem Häuschen führte, das Yannik vor ein paar Augenblicken betreten hatte. Und jetzt? fragte Kalou. Wir schleichen uns an und lauschen an der Tür, antwortete ich. Kann er uns dann nicht sehen? Bessere Idee? gab ich zurück. Kalou schüttelte nur den Kopf. Dann rannten wir zur Eingangstür und hockten uns davor. Ich hielt den Atem an und rechnete jeden Augenblick damit, dass jemand die Tür aufriss und uns verjagte. Doch es geschah nichts. Stattdessen hörte ich jemanden in dem Häuschen reden. Ich presste mein Ohr an die Tür und erkannte Janiks Stimme. Immer streiten sie sich. Dabei ist es ihnen total egal, ob ich dabei bin oder nicht. Ich sah Kalou an. Der redet von seinen Eltern. Wir verschwinden lieber, das geht uns nichts an. Doch Kalou schüttelte den Kopf. Nur kurz durchs Fenster gucken. Bevor ich ihn daran hindern konnte, kroch er auf allen des Häuschens. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Ich sah gerade noch, wie er sich kurz aufrichtete, durch das Fenster blickte und sich schnell wieder auf den Boden kauerte. Das musst du sehen, raunte er mir zu. Volltreffer. Ich fragte ihn nicht, was er damit meinte, sondern erhob mich ebenfalls. Was ich dann zu sehen bekam, verschlug mir mit dem Rücken zum Fenster saß Yannick auf dem Boden des kleinen Häuschens und redete mit Wolle. Also doch, rutschte es mir heraus, er hat ihn entführt, das hätte ich ihm echt nicht zugetraut. Und jetzt, fragte Kalou noch einmal, was schon, wir befreien Wolle und stellen Yannick zur Rede, der kann sich auf was gefasst machen. Ich stand auf, stapfte zur Tür und hämmerte mit meiner Faust dagegen. Yannick, mach auf, wir wissen, dass du in dem Augenblick öffnete sich die Tür und der Entführer stand vor mir. Was er dann allerdings sagte, baute mich fast um. Da seid ihr ja, ich habe mir schon gedacht, dass ihr uns bald findet. Elftes Kapitel Viele Waffeln Noch mehr Hundekuchen und zwei Überraschungen Was soll das denn heißen? schrie ich ihn an. Du hast unseren Wolle entführt. Yannick hob entschuldigend die Schultern. Kommt rein, dann erzähle ich euch alles. Als wir das Häuschen betraten, das nur aus einem einzigen Raum bestand, hatte ich erwartet, dass Wolle vor Wiedersehensfreude ausflippt und uns oder zumindest mich mit wackelndem Hinterteil begrüßt. Doch er rührte sich kaum von der Stelle. Vielleicht fuhr ich Yannick deshalb noch ein wenig wütender an. Du hast ihn entführt, das ist ein Verbrechen. Zu meiner Überraschung legte Kalou seine Hand auf meine Schultern und sagte ganz ruhig, Mück, entspann dich. Dann fragte er Yannick ebenso gelassen, warum? Der seufzte, hob seine Hände und ließ sie wieder sinken. Wollte gar nicht, dass er mit mir kommt, ehrlich. Sondern, fragte Kalou, während ich immer noch mit meiner Wut kämpfte. Ich habe mir immer schon einen Hund gewünscht, darum bin ich gestern Nachmittag zu eurer Schule gegangen, als ihr nicht mehr dort wart, um mit Wolle zu spielen. Und, hat er mit dir gespielt? fragte ich zweifelnd. Yannick nickte. Ich glaube, es hat ihm sogar Spaß gemacht. Als ich dann wieder gehen wollte, habe ich zu ihm nur so aus Witz gesagt, dass ich ihn am liebsten mitnehmen würde. Dann hast du ihn also doch entführt, unterbrach ich ihn. Yannick schüttelte heftig den Kopf. Ich war schon fast zu Hause, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, verfolgt zu werden. Also habe ich mich umgedreht und erst da habe ich gesehen, dass Wolle hinter mir war. Er ist mir wohl die ganze Zeit gefolgt. Er ist dir gefolgt, rief ich. Warum das denn? Als Antwort zuckte Yannick nur mit den Schultern. Gleichzeitig meldete sich mein schlechtes Gewissen. War Wolle tatsächlich vor uns und den Schnecken geflohen? Hättest ihn zurückbringen können, schaltete sich Kalun nun ein. Yannicks Gesicht wurde knallrot und er senkte den Blick. Ich weiß. Und warum hast du es nicht gemacht? wollte ich wissen. Es dauerte ziemlich lange, bis Yannick antwortete. Ich habe mich gefreut, dass er mich so gut leiden kann und dass er mir zuhört, wenn ich mit ihm rede. Meine Eltern streiten sich nämlich nur noch. Mit einem Schlag war meine Wut verraucht. Ich dachte daran, was Mama mir über seine Eltern erzählt hatte. Ich warf Kalun einen Blick zu. Der sagte zwar nichts, aber ihm war anzusehen, dass er wohl ähnliche Gedanken hatte. Ich räusperte mich. Tut mir leid für dich, aber wir nehmen Wolle trotzdem mit. Er gehört zu unserer Schule. Kannst aber immer mit ihm reden, ergänzte Kalun, in der Schule. Yannick riss die Augen auf. Seid ihr nicht mehr wütend auf mich? Nicht mehr so richtig, erwiderte ich. Komm ruhig zur Schule, wenn du mit ihm spielen oder mit ihm reden willst. Den Erwachsenen sagen wir, dass er sich verehrt hat und er uns zufällig über den Weg gelaufen ist. Füge dich noch hinzu, wobei ich Kalun sah. Der nickte nur. Als wir das Gartenhäuschen schließlich verließen, schien Wolle überhaupt nicht begeistert davon zu sein, mit uns zur Schule zurück Hörber. Darf ich euch bei eurem Training für den Rekord zusehen? rief Yannik uns nach, als wir schon am Gartentor waren. Von mir aus, antwortete Kalun nur, und ich nickte zur Bestätigung. Ob er Yannik gefolgt ist, weil er keine Lust mehr hatte, für unseren Rekord zu trainieren, stellte ich Kalun die Frage, die mir auf der Seele brannte. Kann sein, antwortete mein Freund nur. Irgendwie kann ich ihn auch verstehen. Ich auch, aber trotzdem will ich nicht aufgeben. Tust du noch nie, oder? fragte Kalun mit einem breiten Grenzen. Selten, antwortete ich, und hoffte, dass er nicht merkte, wie rotig wurde. Als wir mit Wolle im Schlepptau zur Schule kamen, hätte Maggie ihn am liebsten vor Wiedersehensfreude in Hundekuchen gebadet und auch Kaluns Vater strahlte über das ganze Gesicht. Wie Kalun, Yannik und ich vereinbart hatten, erzählten wir unsere Geschichte. Zum Glück glaubten die Erwachsenen sie. Den anderen aus unserer Klasse berichteten wir später allerdings die Wahrheit. Eigentlich sollte ich ja sauer auf ihn sein, meinte Luca schließlich, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Darum haben wir ihm ja auch erlaubt, bei Wolles Training dabei zu sein, ergänzte ich. Der Einzige, der mich daraufhin mit einem skeptischen Blick bedachte, war Aydin. Er argwöhnte wohl immer noch, dass Yannik ein Spion sein könnte. Allerdings sagte er nichts und auch die anderen waren offensichtlich nicht dagegen. Zu Hause konnte ich es kaum erwarten, Mama zu erzählen, dass wir unseren knuffigen Schulhund wiedergefunden hatten. Sie saß im Wohnzimmer und las in einem Buch. Wolle ist wieder da, er hatte sich verirrt und ist uns zufällig über den Weg gelaufen, rief ich, kaum, dass ich eingetreten war. Mama sah von ihrem Buch auf. Das freut mich, ist denn alles in Ordnung mit ihm? Ich denke schon, antwortete ich. Zumindest hat er alle Hundekuchen gefuttert, die Maggie ihm gegeben hat. Das freut mich, sagte Mama noch einmal, wobei ich allerdings das Gefühl hatte, dass sie mit ihren Gedanken ganz woanders war. Alles okay mit dir, Mama? fragte ich sie deshalb auch. Sie zuckte zusammen. Wie? Ja, ja, alles gut. sicher hakte ich nach und sah sie forschend an. Sie wich meinen Blick aus. Ja, ganz sicher. Ich war überzeugt davon, dass sie an Herrn Liebermann und Amsterdam dachte und fragte mich, wann sie mir wohl davon erzählen würde, dass ihr neuer Freund dorthin versetzt wurde. Vor allem aber wollte ich wissen, ob sie mit ihm gehen wollte. Obwohl sie sich wieder in ihr schiefte, blieb ich noch stehen und sah sie an. Doch als sie immer noch nichts sagte, ging ich schließlich in mein Zimmer. So groß die Freude über Wolles Rückkehr auch gewesen war, so frustriert waren wir am nächsten und auch am übernächsten Nachmittag. Wir hatten uns wieder auf der Ranch von Buffalo Bill getroffen, um mit Wolle, Waldemar und Otilie für unseren Rekord zu trainieren. Wenn jemand von uns gehofft hatte, dass Wolles Ausflug zu Jannik ihn umgestimmt hatte, dann wurde er enttäuscht. Wir schafften es zwar mit einiger Mühe, ihm den Schneckensattel umzuschnallen und und Schneckenreiter drauf zu setzen, doch noch immer wollte er sich nicht einen Schritt vorwärts bewegen. Weder seine Lieblingshundekuchen noch der gesamte Vorrat an Kalus Trainingswaffeln konnten unseren zotteligen Schulhund umstimmen. Oh Mann, morgen ist schon der Wettbewerb, stöhnte Luca schließlich auf. Wie sollen wir das bloß schaffen? Buffalo Bill hatte uns die ganze Zeit von seiner Terrasse aus beobachtet. Schließlich kam er zu uns und sah zu Ludmilla, die in einiger Entfernung stand, in einer Hand eine Waffel und in der anderen einen Hundekuchen und verzweifelt damit winkte. Seid ihr sicher, dass ihr den Sattel richtig herum umgeschnallt habt? Vielleicht zeigt sein Hinterteil in Richtung Ludmilla. Können wir ja mal testen, meinte Kalou, brach ein Stück von der Waffel ab, mit der er gerade trainierte und hielt sie vor die Seite, von der wir vermuteten, dass sie Wolles Vorderseite war. Wir hatten uns nicht getäuscht. Mit einem Haps war das Waffelstück in Wolles Maul verschwunden, während die andere Seite heftig wedelte. Seufzend holte Aydin das Rekordbuch aus seinem Rucksack und begann darin zu blättern. Steht da etwas über auf Hunden reitende Schnecken drin? fragte ich ihn. Nee, das nicht, antwortete er, ohne von dem Buch aufzusehen. Aber vielleicht entdecke ich einen Rekord, den wir in der kurzen Zeit bis zum Wettbewerb schaffen können. Hauptsache nix mit Kuhfladen, meinte Bulli. Hallo, seid ihr hier? hörten wir plötzlich jemanden rufen. Ich glaube, das ist Yannick, sagte ich gleich, obwohl er noch nicht zu sehen war. Und tatsächlich kam er kurz darauf um eine Ecke von Buffalo Bills Ranch. Mein Onkel hat mir erzählt, dass ihr hier trainiert. Da bin ich einfach mal hergekommen. Ihr hattet ja gesagt, dass ihr nichts dagegen habt. Stimmt, antwortete ich zu, dann entdeckte er Wolle und rief, während er sich vorbeugte und mit den Händen auf seine Oberschenkel klopfte. Hey, Wolle, da bist du ja. Durch Wolle ging ein Ruck und er schaute Yannick einen Augenblick lang an. Zumindest vermutete ich das, da wir nur sahen, wie Wolles Vorderseite sich in Yannicks Richtung drehte. Komm her zu mir, rief er noch einmal. Luca schüttelte den Kopf. Das kannst du vergessen. Solange er die Schnecken auf, weiter kam er nicht. Denn noch einmal ruckte Wolle ein Stück in Yannicks Richtung, dann rannte er samt Sattel Ottilie und Waldemar auf ihn zu. Wir waren so verdattert, dass wir keinen Ton herausbrachten. Selbst Buffalo Bill war über Wolles Sprint so überrascht, dass sein Unterkiefer herunter klappte und er unseren Hund mit offenem Mund hinterher sah. Yannick ahnte nichts davon, sondern ging in die Hocke und kraulte Wolle dort, wo er dessen Ohren vermutete. Er hat sich bewegt, brachte ich schließlich heraus. Mit Schnecken, ergänzte Pink. Ohne Hundekuchen, flüsterte Luca. Und ohne Waffeln, meinte Kalou mit breitem Grinsen. Wahrscheinlich hoffte er, dass er nun seine Trainingswaffeln allein essen durfte. Stimmt etwas nicht? rief Yannick zu uns herüber, wobei seine Stimme ängstlich klang. Soll ich wieder gehen? Nein, riefen riefen beinahe alle gleichzeitig. Yannick erhob sich zögernd. Und warum nicht? fragte er vorsichtig. Weil du gerade so eine Art Wunder vollbracht hast, antwortete Pink. Zwölftes Kapitel Schneckenritt ohne Waffeln und Hundekuchen. Nachdem wir uns alle einschließlich Buffalo Bill um Yannick und Wolle versammelt hatten, erklärten wir ihm, was uns so fasziniert hatte. Dabei starrte er mit immer größeren Augen auf Waldemar und Ottilie. Das ist ja ein Ding, sagte er schließlich. Den Rekord finde ich total cool. Auf jeden Fall ist er total abgefahren. Luca klopfte ihm auf die Schulter. Aber das Wichtigste ist, dass du Wolle dazu gebracht hast, mit Ottilie und Waldemar einen Spurt hinzulegen. Vielleicht war es ja nur ein Zufall, entgegnete Bella. Möglicherweise hat Wolle nicht mehr an die Schnecken gedacht, als er Yannick gesehen hat. Dann halt nochmal, forderte Kalou Yannick in seiner typischen Art auf. Wie? fragte er dann auch. Würdest du das noch einmal machen? übersetzte ich. Genau, ergänzte Luca und zeigte auf eine Stelle, die ungefähr 20 Schritte von uns entfernt war. Stell dich da drüben hin und rufe dann nach Wolle. Yannick zuckte mit den Achseln. Meinetwegen. Ich kniete mich neben Wolle und hielt ihn fest, während Yannick zögernd zu der Stelle ging, auf die Luca gezeigt hatte. Dann drehte er sich zu uns um und rief, Wolle, komm zu mir. Ich ließ Wolle los. Er hob den Kopf und sah wahrscheinlich zu Yannick. Doch dann zögerte er und ich dachte schon, dass er sich wieder nicht von der Stelle rühren würde. Ich holte schon Luft, um ihn anzufeuern. Da stürmte er plötzlich so schnell auf Yannick zu, dass ich schon fürchtete, Waldemar und Ottilie würden aus ihrem Sattel geschleudert. Unter ohrenbetäubendem Jubel wurde er am Ende seiner Reitstrecke von Yannick mit Ohren kraulen und Fellrubbeln begrüßt. Und auch unser alter Schuldirektor klatschte begeistert in die Hände. Wir mussten nicht lange darüber diskutieren, ob wir Yannick sozusagen als Ehrenmitglied in unsere Klasse aufnehmen wollten. Willst du das überhaupt? fragte Luca ihn. Begeistertes Nicken war die Antwort. Und ob? Da gibt es nur ein Problem, entgegnete Pink. Wenn wir tatsächlich gewinnen sollten, darf er dann überhaupt mitfahren? Schließlich ist er nicht wirklich in unserer Klasse. Ist doch nicht so wichtig, schaltete Yannick sich ein. Wenn ich bei euch mitmachen kann, ist das total super. Warum machst du eigentlich nicht in deiner Klasse mit? Die wollen doch auch an dem Rekord teilnehmen. Yannick senkte den Blick und sagte dann zögernd Keine Lust. Stillschweigend einigten wir uns darauf, nicht weiter danach zu fragen. Wir testeten noch ein paar Mal, ob Wolle mit den Schnecken auf seinem Rücken auf Yannick zurannte, wenn er ihn rief. Es klappte ohne Probleme. Dann treten wir morgen also an? fragte Luca schließlich in die Runde. Das fragst du noch? erwiderte ich. Wolle mach doch jetzt, was wir die ganze Zeit von ihm gewollt haben. Er könnte es sich morgen immer noch anders überlegen. Was sollten wir denn sonst machen? wollte Betty wissen. Waffel Wett ist antwortete Kalou mit vollem Mund. Pink sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. Wie viele schaffst du denn in einer Minute? Kommt darauf an, wie viel Hunger ich habe, antwortete Kalou, woraufhin Pink aufstöhnte und die Augen verdrehte. Dann ist es also abgemacht, entschied Luca. Wir treffen uns morgen früh um neun Uhr an der Schule, holen Wolle ab und gehen dann gemeinsam zum Rathausplatz. Als wir uns schließlich auf den Weg machten, um Wolle zur Schule zurück zu bringen, wich er dem Neffen von Mamas Freund nicht von der Seite. Mit Pink, Kalou und Luca lief ich einige Schritte hinter den beiden. Ich schätze, du bist jetzt nicht mehr seine Auserwählte, meinte Pink, nachdem wir schon ein ganzes Stück gelaufen waren. Kalou nickte mit Blick auf Yannik und Wolle. Sieht ganz so aus. Bist du enttäuscht? fragte Luca mich. Nee, überhaupt nicht, log ich. Je länger ich jedoch darüber nachdachte, desto mehr überwog die Freude darüber, dass wir es mit Yanniks Hilfe geschafft hatten, meine Rekordidee doch noch hinzubekommen. Dieses Mal saß Mama nicht im Wohnzimmer, sondern in der Küche. Sie las auch nicht, sondern sah mich an, als hätte sie auf mich gewartet. Amsterdam, es musste um Amsterdam gehen, schoss es mir gleich durch den Kopf und gleichzeitig spürte ich in meinem Bauch einen Kloß, als hätte ich einen Pfund von Omas selbst gebackenen Keksen gegessen. Setz dich doch, Schatz, begrüßte Mama mich und zeigte auf den Küchenstuhl ihr gegenüber. Ich ließ mich darauf fallen, wobei ich sie unverwandt ansah. Alles in Ordnung, Mama? Ist etwas passiert? Sie lachte laut auf. Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur eine Überraschung für dich. Der Kloß verwandelte sich in ein Kilo Kekse. Was denn für eine Überraschung? fragte ich und glaubte die Antwort schon zu wissen. Paul wird nach Amsterdam versetzt. Zwei Kilo Kekse. Ich holte Tiefluft. Und er will, dass wir mit ihm kommen? Das möchte er wohl, obwohl er mich noch nicht gefragt hat. Allerdings Allerdings wiederholte ich, als sie nicht weitersprach. Er hat uns an diesem Wochenende zu einem Ausflug nach Amsterdam eingeladen. Wahrscheinlich will er uns die Stadt schmackhaft machen und wahrscheinlich wird er uns auch dort fragen, ob wir mit ihm nach Amsterdam ziehen wollen. An diesem Wochenende? fragte ich ungläubig. Und hast du ihm gesagt, dass wir nicht mitkommen können? Mama sah mich verdutzt an. Nein, ich habe zugesagt. Wir haben doch beide frei und Amsterdam ist sicher eine schöne ... Ich spürte, wie die Wut in mir hochstieg. Und was ist mit dem Rekord, dem Wettbewerb um die Klassenreise? Der ist doch morgen. Ich glaube, so schnell habe ich Mama noch nie erst blass und dann rot werden sehen. Dann schlug sie sich mit der flachen Hand vor die Stirn, dass es laut klatschte. Der Wettbewerb, den habe ich ja total vergessen. Dazu hätte ich ihr am liebsten eine ganze Menge gesagt, doch ich schluckte alles runter und sah sie nur an. Was machen wir denn da? fragte sie mich so verlegen, dass sie mir fast schon wieder leid tat. Ich zuckte nur mit den Schultern. Du willst doch sicher wieso kann er überhaupt nach Amsterdam fahren? Ich denke, will über den Wettbewerb berichten. Mama ließ einen lauten Seufzer hören. Er hat mir erzählt, dass er sich am Wochenende von einem Kollegen vertreten lässt, aber den Wettbewerb hat er nicht erwähnt und ich naja, ich habe ihn bei der ganzen Aufregung total vergessen. Tut mir so leid, Schatz. Eine Weile sahen wir uns schweigend an, dann nahm ich meinen Mut zusammen und fragte, willst du, dass ich mitkomme? Eigentlich schon, erwiderte Mama zögernd, aber ich weiß ja, wie wichtig dir der Wettbewerb ist. Und das heißt, wenn du bei jemandem übernachten kannst, fahre ich allein mit Paul nach Amsterdam und erzähle dir später davon. Ich war mir nicht sicher, ob ich das überhaupt hören wollte, ich frage Pink, ob ich bei ihr schlafen kann. Mama nickte sichtlich erleichtert. So machen wir es. Ich werde euch auf jeden Fall die Daumen drücken. Ich zog mein Smartphone aus meiner Hosentasche und schickte eine Nachricht an Pink. Brauche Asyl. Kann ich morgen bei euch übernachten? Die Antwort kam postwendend. Kein Problem, freu mich, dann können wir gemeinsam unseren glorreichen Sieg feiern. Ich drehte mein Smartphone herum und zeigte Mama Pinks Nachricht. Sie strahlte mich an. Dann ist dir alles klar. Da war ich zwar ganz anderer Ansicht, aber ich schwieg und verzog mich in mein Zimmer. An diesem Abend konnte ich erst einschlafen, als ich Schäfchen zählte, die über einen Zaun sprangen. Nur sahen die wie Wolle aus, mit denen verfreude juchzenden Schnecken Waldemar und Ottilie auf seinem Rücken. Müde und schlecht gelaunt schlurfte ich am nächsten Morgen in die Küche. Mama saß schon beim Frühstück. Ich setzte mich ihr gegenüber und versuchte mir meine schlechte Laune nicht anmerken zu lassen. Ihre Stimmung war dafür umso besser. Sie freute sich offensichtlich sehr auf die Reise mit ihrem Paul. Unter dem Vorwand, meine Sachen für die Übernachtung bei Pink packen zu müssen, verschwand ich nach dem Frühstück möglichst schnell in mein Zimmer. Du musst dich nicht beeilen, rief Mama mir nach. Ich kann dich noch zur Schule fahren, bevor ich zum Bahnhof muss. Als sie mich dann vor der Schule absetzte, hatten sich fast schon alle Schüler aus den beiden Klassen, die an dem Wettbewerb teilnehmen wollten, vor der Schule versammelt, wie auch der Coach und Kalus Eltern. Sogar Jesus, unser Klassenlehrer, war gekommen. Ich seufzte, gab Mama einen Kuss auf die Wange und kletterte aus unserem Auto. Sie stieg nicht aus, sondern winkte den anderen nur kurz zu und brauste dann in Richtung Bahnhof davon. Kommt die Cheftrainerin nicht zum Spiel? fragte der Coach, als ich mich mit meiner Reisetasche auf dem Rücken zu den anderen gesellte. Ich wollte etwas sagen, aber meine Kehle war wie zugeschnürt, Kopf. Deine Mama kommt nicht? fragte Kalu nach. Warum nicht? Keine Zeit. Alles in Ordnung mit dir? wollte dann auch noch Luca wissen. Ich nickte, ohne ihn anzusehen. Pink baute sich mit verschränkten Armen vor mir auf. Willst du deine Probleme mal wieder allein lösen? Mittlerweile standen alle um mich herum, einschließlich der Lehrer und Kalus Eltern und sahen mich auffordernd an. Ich holte Tiefluft. Also gut, es geht um Mama und Herrn Liebermann. Den Gesichtern war anzusehen, dass sie von Mama und ihrem Paul wussten. Es wunderte mich nicht. In unserer Schule ist jedes Geheimnis so geheim, als würde es in der Zeitung stehen. Ich gab mir einen Ruck und erzählte ihnen von Amsterdam und meinem Verdacht, dass Mama längst entschieden hatte, mit ihrem Freund dort hinzuziehen. Erst konnte ich nur stockend reden, aber dann sprudelte mein ganzer Frust nur so aus mir heraus. Und jetzt machen sie diesen Ausflug nach Amsterdam, endete ich. Wahrscheinlich schauen sie sich dort schon Wohnungen an. Bist du sicher? fragte Kalou. Nein, gab ich zu. Sie hat noch nichts gesagt, aber warum sollte sie sonst diesen Ausflug mit ihm machen? Das ist keine gute Nachricht, sagte Jesus mit einem Gesicht, als hätte ihn jemand gezwungen, zum Friseur zu gehen. Allerdings stimmte der Coach ihm zu. Es ist ganz und gar nicht gut, wenn die Cheftrainerin das Team mitten in der Saison verlässt. Du und dein Fußball stöhnte Jesus auf. Buffalo Bill war ein guter Direktor und Frau Eisenhardt ist es auch, meldete sich Maggie. Wenn nicht sogar besser, ergänzte ihr Mann. Aber es geht doch nicht nur um Frau Eisenhardt, rief Bink, ich will nicht, Mick nach Amsterdam zieht, sie soll hier bleiben. Als ich sah, dass meine Klassenkameraden ohne Ausnahme heftig nickten, hätte ich am liebsten geheult. Was machen wir denn jetzt? fragte Maggie. Wir können sie doch nicht einfach so gehen lassen. Wir sollten am Montag mit ihr darüber reden, schlug Jesus vor. Dann ist es vielleicht zu spät, widersprach der Coach. Wenn sie ihrem Freund während des Ausflugs verspricht, mit ihm nach Amsterdam zu ziehen, wird sie sich kaum wieder umstimmen lassen. Was sollen wir also tun? wollte unser Klassenlehrer von seinem Freund wissen. Unser Mathelehrer kratzte sich an seiner Glatze. Wenn der Chefcoach das Team verlassen will, dann kann nur das Team ihn umstimmen. Jesus stöhnte auf. Und das heißt, statt ihm zu antworten, wandte sich unser Mathelehrer an mich. Weißt du, wann der Zug nach Amsterdam fährt? Ich hob die Schultern. Keine Ahnung. Aber Mama hat gesagt, dass sie noch eine gute Stunde Zeit hat, als sie mich vorhin hergebracht hat. Der Coach sah auf seine Uhr. Das könnten wir noch schaffen. Kapitel 13 Eine Friedensente und Ausrede Nummer 19 Sie wollen also zum Bahnhof? fragte ich ihn. Sicher, wohin sonst? Und der Wettbewerb? rief Eidin dazwischen. In spätestens einer Stunde müssen wir uns dort angemeldet haben, sonst dürfen wir nicht mitmachen. Luca sah ihn streng an. Mick und Frau Eisenhardt sind ja wohl wichtiger, oder? Eidin wurde noch ein wenig kleiner, als er sowieso schon ist. Stimmt, sorry. Und außerdem schaffen wir es ja vielleicht trotzdem noch rechtzeitig. Meine Coach vor. Dann können wir vom Bahnhof direkt zum Wettbewerb fahren. Kurz darauf hatte sich unsere Klasse auf die Autos von unserem Mathelehrer, unserem Klassenlehrer und Kalus Eltern aufgeteilt. Mich hatte es gemeinsam mit Pink, Kalu und Luca in die mit Friedenszeichen bemalte Ente von Jesus verschlagen. Die hatte ich schon damals als Student, erklärte er uns stolz. Und wann haben sie studiert? fragte Kalu. Jesus schmunzelte vor langer, langer Zeit. Seht man, brummte Kalu und blickte sich mit hochgezogenen Augenbrauen in dem alten Auto um. Was die Friedensbemalung auf Jesus Klapperkiste betraf, war die wohl eher für den Weltfrieden und weniger für den Frieden auf der Straße gedacht. Unser Klassenlehrer fuhr, als gäbe es kein Morgen. Dabei schaukelte das alters schwache Gefährt in den Kurven wie ein Segelboot bei Windstärke 10. Das Gesicht von Kalu nahm mehr und mehr eine grüne Farbe an. Je näher wir dem Bahnhof kamen. Als wir es endlich geschafft hatten, war ich wirklich froh, dass ich heil geblieben war und Kalus Magen durchgehalten hatte. Kurz hintereinander bogen die drei Autos auf den Bahnhofsplatz ein. Weder Jesus noch die beiden anderen Fahrer machten sich die Mühe einen Parkplatz zu suchen. Sie hielten im Parkverbot und schon sprangen wir hinaus und stürmten gemeinsam in die Bahnhofshalle. Ist der Zug nach Amsterdam schon weg? rief mir Betty zu, während sie neben mir stand und, wie ich, auf die große Anzeigentafel über dem Haupteingang starte. Ich wollte ihr gerade antworten, dass ich den Zugfahrplan nicht auswendig gelernt hatte, da entdeckte ich ihn. Da ist er, Amsterdam Zentral, der geht erst in 20 Minuten von Gleis 5. Offensichtlich wollten viele Leute an diesem Tag nach Amsterdam fahren, denn auf Bahnsteig 5 drängten sich die Wartenden. Hektisch sah ich mich um, konnte aber weder Mama noch Paul Liebermann entdecken. Da hinten sind sie, rief dann aber Pink und drängte sich durch die Menge, gefolgt vom Rest der Klasse, den Lehrern und Kalus Eltern. Als Mama uns entdeckte, zuckte sie zusammen und wurde mit einem Schlag blass. Neben ihr stand ihr Freund und sah uns mit großen Augen und offenem Mund entgegen. Mick, was ist los? Ist etwas passiert? rief Mama mir zu, bevor wir sie erreicht hatten. Nichts Schlimmes, keuchte ich, als ich vor ihr stand, nur Amsterdam. Mama zog ihre Augenbrauen zusammen. Wie meinst du das? Wir wollen sie als unsere Direktorin behalten, platzte es aus Maggie heraus, wobei ihr Mann heftig nickte. Wir sind doch eine gute Mannschaft, Chefin, ergänzte der Coach. Und arbeiten so friedvoll zusammen, stimmte Jesus ein. Wir wollen nicht, Mick nach Amsterdam zieht, rief Pink. Auf keinen Fall, bekräftigte Luca. Kalou legte den Arm um meine Schulter. Nü und nimmer. Ich nahm all meinen Mut zusammen. Und ich will auch lieber hier bleiben. Mama sah von einem zum anderen. Ihr glaubt, dass ich mit Paul nach Amsterdam ziehe? Davon war doch überhaupt nicht die Rede. Und warum fahrt ihr dann dahin? rief ich. Herr Liebermann will doch bestimmt, dass wir mit ihm gehen. Mama blickte ihren Freund an. Der hob die Schultern und sagte dann zögernd, ursprünglich hatte ich tatsächlich geplant, euch das zu fragen. Und jetzt nicht mehr? fragte Mama nach. Er schüttelte den Kopf. Nach längerem Nachdenken ist mir klar geworden, dass ich nicht den gleichen Fehler wie meine Schwester machen möchte, die gerade auch nur an sich denkt und Janik darüber vergisst. Und was ist mit dir? wollte ich von Mama wissen. Was willst du? Mir erschien es wie eine Ewigkeit, bis sie antwortete, ich möchte nach Amsterdam. In meinem Magen klumpen sich eine Tonne von Omas Keksen zusammen, lösten sich aber gleich wieder auf, als sie lächelnd hinzufügte, aber nur über das Wochenende. Am Montag bin ich wieder in der Schule und da bleibe ich auch. Unter unserem Jubel lief der ICE in Richtung Amsterdam in den Bahnhof ein. Puh, das war ein Arbeitssieg, aber gewonnen ist gewonnen und nur das zählt, rief der Coach. Und jetzt Beeilung, damit wir noch rechtzeitig zum Anpfiff im Stadtpark sind. Ich gab Mama einen Kuss auf die Wange und rannte dann ihm und den anderen hinterher in Richtung Bahnhofsplatz. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es gerade noch früh genug, rief Luca uns im Laufen zu. Möglicherweise wären wir tatsächlich noch pünktlich gekommen, wenn der Verkehr nicht so dicht gewesen wäre und nicht jede zweite Ampel rot gezeigt hätte. So war der Wettbewerb bereits im Gange, als wir am Stadtpark eintrafen. Schweigend stiegen wir aus den Autos und liefen mit hängenden Schultern auf den Festplatz in der Mitte des Parks zu. Wir waren schon fast da, als uns Jannik mit Wolle an seiner Seite entgegen rannte. Wo bleibt ihr denn? rief er uns zu. Wir sind gleich an der Reihe. Mit einem Ruck blieben wir stehen. Hast du uns etwa angemeldet? brachte Pink atemlos heraus. Klar, und Wolle habe ich auch schon gesattelt. Erst jetzt bemerkte ich den kleinen Sattel auf seinem Rücken, in dem auch bereits Waldemar und Utilie saßen. Wie auf ein Kommando stürmten wir auf den Festplatz zu. Dann mussten wir doch noch eine ganze Zeit warten und konnten dabei einige unserer Konkurrenten beobachten. Wir sahen Schüler, die mit zu zehn Bällen jonglierten, was ihnen allerdings nicht besonders gut gelang. Eine andere Gruppe hatte sich für Handy Weitwurf entschieden. Unsere Konkurrenten aus der Merkel-Schule versuchten sich darin, möglichst schnell fehlerfreie WhatsApp-Nachrichten zu tippen. Schnell schafften sie. Fehlerfrei dagegen nicht. Die haben eben nicht so eine gute Deutschlehrerin wie Fräulein Ling, meinte Pink grinsend. Und außerdem haben die das im Guinness Buch der Rekorde abgeguckt, Ergänzte Aydin. Dann Unendlich waren wir an der Reihe. Nachdem wir von dem Chef der Jury lautstark angekündigt worden waren, stellte sich Yannik auf eine Seite des Platzes, während ich bei Wolle blieb und ihn festhielt. Wie wir es geübt hatten, ließ ich ihn dann auf Yanniks Kommando los und raunte ihm zu Lauf Wolle Lauf! Einen kurzen Augenblick zögerte er noch, doch dann raste er davon, als wüsste er, dass es nun darum ging, den Wettbewerb zu gewinnen. Allerdings meinte er es etwas zu gut, denn er rannte so schnell auf Yannik zu, dass er es nicht mehr rechtzeitig schaffte zu bremsen. So landete Yannik auf dem Rücken mit Wolle über sich, während Waldemar und Ottilie in hohem Bogen aus ihrem Sattel flogen. Zwei Rekorde, Reiten und Fliegen, damit gewinnen wir garantiert die Reise, rief Kalou mir zu, während wir zu Yannik liefen, um ihm aufzuhelfen. Anschließend sammelten wir unsere Schnecken wieder ein. Zur Erleichterung unseres Klassenlehrers waren beide wohl auf. Gleich nach uns war der Coach mit seiner Mannschaft an der Reihe. Die Ärmsten gaben ihr Bestes, doch sie stolperten mehr, als dass sie Fußball spielten. So ernteten sie zwar jede Menge Lacher, waren dann aber doch ziemlich niedergeschlagen, als der Coach das Spiel abpfiff. Schließlich bekamen wir allerdings noch einen Rekord zu sehen, der uns sehr beeindruckte. Der größte von Schülern selbst gebackene Schokokeks. Er war mindestens so groß wie eine Tischtennisplatte und sah wirklich sehr lecker aus. Das fand auch Kalou. Der Rekord gefällt mir. Mit einem Rennen auf allen Vieren endete dann schließlich der Wettbewerb und die Jury zog sich zur Beratung zurück, wie deren Chef mit wichtigem Gesichtsausdruck ankündigte. Die Zeit bis zur Bekanntmachung der Sieger schien überhaupt kein Ende zu nehmen. Doch dann war's endlich soweit. Uns ist die Wahl nicht leicht gefallen, verkündete der Jurychef, nachdem er auf eine kleine Bühne am Rand des Festplatzes geklettert war. Aber wir haben uns schließlich für drei Rekorde entschieden. Einer ist äußerst hoch, einer ist besonders schmackhaft und einer ausgesprochen schnell. Schnell waren damit Wolle, Ottilie und Waldemar gemeint. Ich hielt die Luft an, bis der Mann auf der Bühne schließlich verkündete, den dritten Platz belegen die schnellsten auf einem Hund reitenden Schnecken. Um uns herum brach Jubel und Beifall aus, während wir versuchten, uns unsere Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Ein dritter Platz ist aller Ehren Wert, darauf könnt ihr stolz sein, raunte uns Jesus zu, was uns allerdings nur wenig tröstete. Dann erfuhren wir, dass der Schokokeks auf dem zweiten Platz gelandet war. Der Sieger war dagegen ein Rekord, den wir wegen unserer Verspätung verpasst hatten. Die höchste von Lehrern und Schülern gebaute menschliche Pyramide. Das habe ich gesehen, erzählte uns Jannik, die waren echt gut. Und nun kommen wir zu den Preisen, verkündete der Jurychef. Ich horchte auf. Preise? Gibt es denn nicht nur einen? Als wollte er mir antworten, rief der Mann auf der Bühne, anders als wir es angekündigt hatten, vergeben wir nicht nur einen, sondern auch einen zweiten und einen dritten Preis. Die Klasse auf dem zweiten Platz fährt für eine Woche nach London. Er machte eine Pause, während wir die Luft anhielten und die Schneckendomtöre dürfen sich über ein Wochenende in Amsterdam freuen. Ausgerechnet Amsterdam rief ich zum ich weiß nicht wievielten Mal und wie jedes Mal stimmten Kalou, Luca und Pink in mein Lachen ein. Nachdem Wolle und die Schnecken wieder wohlbehalten in der Schule in ihrem Terrarium verstaut waren, hatten wir beschlossen, alle vier bei Pink zu übernachten. Die Klasse, die nach London fahren durfte, hatte ihren Schokokeks großzügig an alle Teilnehmer verteilt. So saßen wir nun in Pinks Zimmer und ließen es uns schmecken. Mittlerweile war auch unsere Enttäuschung, nicht den ersten Platz gemacht zu haben, vergessen. Das lag auch daran, dass die Anzahl der Schüler, die nach Amsterdam fahren durften, nicht nur für unsere Klasse reichte, sondern auch für die Fußballer. Sogar Yannik durfte mitkommen. Das ist halt der Vorteil einer kleinen Schule, hatte Jesus mit breitem Grinsen festgestellt. Wissen deine Mama und ihr Freund schon Bescheid? fragte Pink, als schließlich der letzte Kekskrümel verputzt war. Ich schüttelte den Kopf und kramte gleichzeitig mein Smartphone hervor. Das holen wir jetzt nach, aber sie sollen sich ruhig ein bisschen über diese Nachricht wundern. Also machte ich ein Selfie von uns, schickte es an Mamas Nummer und schrieb darunter Amsterdam, wir kommen. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, schau dich doch auf meinem Kanal um. Bestimmt findest du dann noch etwas, das dir auch gefallen könnte. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund, dein Joachim Friedrich.